Da stand ein Name in den Aufzeichnungen des Gefängnisses. Ein Name, den ich kenne. Chadwick. Auch ein Träger meiner früheren Herren. Ein begabter Soldat und für mich so etwas wie Familie. Der Gedanke daran, dass er dort ausharrt... Er muss dir sehr wichtig sein. Das war... ist er. Wir finden ihn. Der Eingang zum Gefängnis liegt im Schatten der Mauern von Rabenwitt. Gleich hinter dem Fallgatter. Wir sollten uns schnell auf den Weg machen. Ich bete nur, dass wir noch Träger retten können. Ich auch, Doris. Das kriegen wir hin. So, hier ist noch irgendwas mit Plus. Das bedeutet, das wird uns dann irgendwie helfen. Und hier scheint es Neues im Anschlagbrett zu geben. Da können wir ein bisschen Monsterhunting machen. Wie geht's, Clive? Wie geht's dir, alter Mann? Schledon meinte, du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Easy. Übrigens, ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen um ihn. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Und natürlich habe ich den gleich Schledon gezeigt, um ihn zu beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Äh, Schledon vertraut sich dir ja öfter an. Also, könntest du... Vielleicht... Ich soll mit ihm sprechen? Gut. Wir sollten der Sache... Irgendwie hat entweder meine Capture-Karten ein Problem oder die Kabel. Ich werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. Ich richte so die Audio von der Playstation ab. Klar, ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Will ich mal mit Schledon sprechen? Vielleicht war das sein alter Herr. Alter Meister. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass er auch ein Träger gewesen ist. Ach ja, Dion. So, Mr. Schmied. Himmel, deiner Wetter noch mal, Clive. Nicht schon wieder. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledon. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn es nicht der Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Es war der Ring zufrieden. Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt. Mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Erinnerungen? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledon. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Sultan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ring hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Sultan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Ja, ist doch schön. Das ist eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich. Ich möchte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Hier geht es also darum, dass er besser ist als du. Ich verdiene nur das Allerbeste. Und ich lasse mich nicht von einem Kerl wie Sultan übertreffen. Na gut. Also geht es hier um Eiervergleich. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck. Die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledon? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht allein. Ist ja gut. Gut, super. Und wo finden wir jetzt diesen Säuber? Ich finde es interessant, dass wir bei den Nebenquests dornen. Ach, in der Wurst. Ich dachte. In der Wurst. In der Wurst. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Jo. Gut. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Oh. Oh. So. Warum erst mal das hier? Erst mal da klein helfen. Ah, jetzt kommen wir auch hier hin. Doris wartet beim Gefängnis auf mich. Je länger sie dort ist, desto eher werden Akasische sie finden. Ich muss zu ihr. So, was ist mir hier? Ja. Ich sag bloß, ich bin da runtergefallen. Oh, komm schon. Das ist schwach. Da kam ich beim letzten Mal nicht rein. Enter. Aber man braucht mercado. Hö, ha. Äh. Hö, ha. Hö, ha. Hö, ha. So langsam! Au. Komm her, du. Lappen. So, jetzt haben wir es noch mal ein bisschen. Dann haben wir mal einen Heiltrank. So. Das Problem ist, ich habe halt all meine Fähigkeiten ausgebaut. Oder. Diamantenstaub. Gemeistert, 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 gemeistert. Nein, Diamantenstaub fehlt noch. Oh, Rauchreif ist auch nicht schlecht. Geistert, weißt. Oh, ist das schwer, da. finde ich ein bisschen schade dass die elemente hier nicht zusammenarbeiten weil ich finde mit dem eis hätten wir dem pyrotypen wesentlich mehr schaden machen können hallo süße da sie doch wieder nach zumindest waren keine hier am tor drinnen sieht es allerdings anders aus in den korridoren wimmelt es von akasischen vermutlich werter die es nicht raus geschafft haben wenn chatrick hier eingesperrt war befürchte ich dass er schon gibt die hoffnung nicht auf das sind kein gutes ende ganz komisches dann suche ich im oberen gefühl viel glück sit pass auf ob die flut im inneren schlimm genug ist um träger zu verwandeln ich hoffe nicht das königreich von fall von valut heißt hiermit diese einrichtung als gefängnis zur verwahrung sowohl fremder als auch einheimischer träger aus sondern zweck dieser einrichtung sind die aufzucht und ausbildung einer kurzer bestie für den einsatz im kampf dieses vorhaben unterliegt strengster geheimhaltung jegliche erwähnung desselben wird ausnahmslos mit dem tode bestraft inhaftierierte träger werden ausschließlich von den oben genannten vorhaben verwahrt für das oben auf und für das oben genannte vorhaben verwahrt die verwendung von trägern für sämtliche sonstige zwecke ist nur mit ausdrücklicher genehmigung gestattet dieser ort war also kein gewöhnliches gefängnis haben sie eine bestie trainiert haben sie bei der flucht bestimmt nicht mitgenommen also hier wurden sklaven und träger wie wir benutzt um eine bestie ach torgall ist eine streicheleinheit komm komm justin beim letzten mal muss mit dem neues fresschen holen bei dem die knochen nicht so gut und nicht gut genug waren muss irgendwie ins innere aber hier gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken ja 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 Klappt das? Ja. Au. Ich will aber hier noch nachgucken. Bevor wir nach oben gehen, gehe ich jetzt einfach mal hier entlang. Aber der Torgal nimmt dich schon auseinander. Der kann es echt nicht abwarten. Er hat Blut geleckt, der Hund. Das ist ein Bluthund. Das ist meine Art von Hund. Die Kusa-Bestie ist im Vergleich zu bisher ausgebildeten Kriegstieren ein besonders blutdürstiges und aggressives Exemplar, weshalb man sich von ihrem Einsatz auf dem Schlachtfeld auch besonders großen Nutzen erhofft. In kürzlich ausgeführten Übungen hat sich jedoch gezeigt, dass die Bestie unglücklicherweise nicht dazu in der Lage ist, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Es wird daher dringend abgeraten, sie gemeinsam mit regulären Truppen einzusetzen. Stattdessen wird vorgeschlagen, mit Trägersklaven die Bewegung des Feindes auf den Punkt zu konzentrieren und die Bestie dann in ihrer Mitte loszulassen. So sollten sich Valuta-Verluste minimieren und größtmögliche Effekte aus dem Einsatz. Alter, wenn ich das lese, krieg ich das kalte Kotzen. Und was, wenn ihnen die Träger ausgehen? Da kümmern sich ja sogar die Kaiserlichen besser um ihre Träger. Alter, da möchte ich am liebsten, ich bezweifle, dass ich so viel essen kann, wie ich kotzen möchte. Wenn ich das lese. Aufgrund gegenwärtiger Versorgungsengpäste verfügen wir momentan nicht über die erforderlichen Ressourcen, um die Cusa-Bestien unserer Obhut adäquat zu versorgen. Glücklicherweise wurde sie jedoch dabei beobachtet, wie sie Träger, welche während einer Übungseinheit an ihrer Seite kämpfen sollten, getötet und verspeist hat. Darüber hinaus ließ sich nach dieser Mahlzeit sichtliche Zufriedenheit bei der Bestie feststellen, was darauf hindeutet, dass sie den Verzehr frischer Träger sogar ihrem üblichen Futter vorzieht. Dieses Verhalten ist zwar unerwartet, jedoch mitnichten unwillkommen. Mitnichten. Ist das jetzt eine doppelte Verneinung? Also ich würde es verstehen, wie das steht, jedoch mitnichten willkommen. Aber mitnichten unwillkommen. So können Träger, welche nicht mehr andersweitig zu gebrauchen sind, bei Bedarf ganz einfach einen neuen Verwendungszweck zugeführt werden. Alter! Sie haben es mit Trägern gefüttert. Das ist noch schlimmer als befürchtet. Nichts als Akasische hier. Hoffentlich sieht es oben nicht so schlimm aus. Ich sollte besser nach Doris sehen. Ja, das solltest du. Also die Träger werden hier echt behandelt wie Sklaven. Schlimmer gefühlt. Gefällt mir hier nicht so ganz. Die Akasischen sind halt irgendwie so durch eine Aetherflut, durch eine Magieflut irgendwie mutiert. Aber die Träger wurden hier echt mies behandelt. Wir sind halt irgendwie so ein Dominus. Wir können uns auch verwandeln. Aber das ist halt nur dann, wenn es die Story erfordert. Träger sind halt die, die Magie innehaben. Ich habe herausgefunden, was hier wirklich geschehen ist. Manche Leute... Hier gab es irgendwie so Magie in der Welt. Manche haben in Kristallen können damit Magie benutzen. Wie die Welt verzehrt. Und die Träger können das halt... Und wer nicht wollte oder konnte, der wurde entsorgt, was immer das heißt. Das bedeutet, dass sie der Bestie zum Fraß vorgeworfen wurden. Dann ist es zu spät. Es war dumm, dich herzubringen. Sag das nicht. Hast du noch etwas gefunden? Einen Schlüssel. Er passt aber in kein Schloss in diesem Stockwerk. Vielleicht öffnet er eine der Türen unten. Einen Gang habe ich noch nicht durchsucht. Ich probiere ihn dort aus. Komm nach, wenn du hier fertig bist. In Ordnung. Dann sehen wir uns gleich. Träger waren... Die halt die Magie ohne Kristall benutzen konnten. Die Menschen hatten Angst. Erst wurden die Träger sozusagen wie Könige behandelt. Und dann halt wie Scheiße. Was eigentlich interessant ist. So. Von hier kam ich rein. Hier sind wir los. Ich wette, mir die betreffen auf die Bestie. Mal sehen, was dahinter wartet. Das ist dumm. So eine Tür zu öffnen, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich da rausgehe, wird es kritisch. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Hier gibt es auch keine Gegner. Die Träger wurden alle so markiert. Wer bist du? Hab keine Angst. Bist du allein? Hat noch jemand überlebt? Ein paar Wärter. Sie sind noch hier, aber... Mit ihnen stimmt was nicht. Alle anderen hat das Monster gefressen. Gütiger Begründer. Wir müssen der Kleine helfen. Die normalen Leute, die keine Träger oder Magie in sich haben. Können von diesem Äther nicht ganz... Sind von diesem Äther nicht so schnell beeinflussbar wie normale Menschen. Deswegen sind nur die Träger in dieser Ätherflut. Dieser Staubflut sozusagen. Nicht akarsisch. Kein Problem. Oh, ich würd gern... Es wartet da drinnen auf mich. Fuck! Ich muss es töten. Es wird keinen Träger mehr fressen. Heilige Scheiße. Habt ihr Bock? Ich geb... Und dann könnt ihr schon mal schreiben, ob ihr Bock habt. Leckt mich doch. Nein. - Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab Bock, wenn du einen frischen Kaffee bekommst. So, jetzt geht's aber los. Scheiße. Dieses Vieh, ey. Na, Großer. Jetzt gibt's ne Kastration. Frei Haus. Dieser Bestie darf hier niemals rauskommen. Sonst gibt es ein Blutbad. Das ist ein Blutbad. Das ist ein Blutbad. Das ist ein Blutbad. Ich mach den Mega Flare. Komm, den hauen wir durch. Alter, was ein Vieh. Das ist ein Blutbad. Das ist ein Blutbad. Ah! alter schwede berüchtigte berüchtigte gefahr gebannt jetzt habe ich es gerade geschafft oh mein gott scheiße hat so einen schönen kampf verpasst das ging tatsächlich es ging tatsächlich also entweder bin ich überlebt alles gut mit fähigkeiten und alles oder ich gucke gerade ein bisschen dumm ich glaube das ist halt dass der kaufs maul kommt du willst doch nur dass ich eldring spiele dafür gekämpft da krieg ich aufs maul ich sorge dafür dass sie gut versorgt wird das ist das mindeste was ich tun kann ach doris sei doch nicht so traurig er hat ein junges mädchen gerät das ist doch super einige zeit später wie ich höre weißt du dem mädchen kaum von der seite ich hoffe sie erholt sich von ihrer tortur heidemarie es geht ja schon besser heidemarie was ist das für name heidemarie heidemarie zu retten so habe ich ihn gekannt den mann der mir wie ein bruder war ich hätte ihn auch gern ist das eine blondine oder ein red hat ist das eine blondine oder ein red hat zu retten aber wir hatten immer wieder zweifel an den dingen zu denen sie uns zwangen und dann eines tages wollten wir einfach nicht mehr wir rannten weg zusammen zu bleiben kam nicht in frage sie hätten uns leicht gefunden nach so vielen jahren des eindressieren zwar der drang zu töten in uns verwurzelt ich hatte angst dass er wieder zu einem werkzeug werden würde einem dolch in der hand eines anderen doch selbst in gefangenschaft hatte er sich niemandem unterworfen er starb nicht als ein werkzeug sondern als mensch heidemarie ist der lebende beweis träger können ihre fesseln sprengen und die fluchbrecher zeigen ihnen wie ich werde bis zum letzten atemzug dafür kämpfen für chadwick und für uns alle danke doris so ein bisschen bedeppert aber ah die doris ist schon eine gute so auftrag abgeschlossen ein licht im dunkeln ja wir kriegen gut einflusspunkte so machen wir die nächste quest hier da ist ein plus da gibt es bestimmt wieder irgendwas bessere oh eine bessere waffe wäre cool ich befürchte aber nein rausgeflogen schläden 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 ach das ist der ja du voll trottel jetzt lass uns durch ja gut brich ja kein streit vom zaun verstanden ach das ist ja das ist die torwache ich schlag nicht zuerst zu versprochen reicht dir das herzlichen dank herzlichen dank sorry hier siehst du noch mal lustiger das ist also dravost ziemlich ruhig scheint mir wenn du mit der shauna was trinkst dann vögeln die auf dem kanu und er in die kotzen ja ich kann sprechen warum ist die alle so dumm die schmiedefeuer nicht zum brennen kriegen wie sollen wir dann überleben bleibt ruhig der vorsteher wird schon was ein mama warum ist papa noch nicht zurück er hilft dem dorf vorsteher bei etwas sehr wichtigem geh wieder rein ja oh wie sie alle um das schmiedefeuer stehen äh dieses jämmerliche feuer schmilzt nicht mal butter geschweige denn eisen entschuldige die störung ich suche den vorsteher das bin ich schön dich kennenzulernen Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sag ich noch. Ganz toll, Schnuddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Hab ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst. Wenn du gehst, habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt, das können wir vergessen. Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht. Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, fragt Schledorn. Alter! Der Ester weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut. Ich geh ja. Sag mal, können die kein Feuer machen, oder was? Sein des Glückes, Schmied. Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Lass mich raten. Sultan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Können die Schmiedefeuer bestimmt zum Laufen kriegen, und dann spricht er mit uns. Wetten? Irgendwie sowas. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich hab's dann alle geweckt. Ich bin einfach weg. Ich hab Sultan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Sultan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal hundert Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Sultan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Arvost sicher mehr genützt als meine, ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Ah, verstehe ja. Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sits Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo eine Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Arvost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sits Blasebalk mit der Welt zu teilen. Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledon. Sits Erfindungen waren für uns gedacht. Damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Na gut. Einverstanden. Ich konnte nicht mal Nein sagen. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Na gut, der Mann. Sits wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valisteas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst. Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Ah, es kennen ja nicht alle meinen richtigen Namen. Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Oh boy. Ja, dann gehe ich mal auf die Jagd. Ich wette mit dir, das sind keine normalen Salamander. Ja, komm, da kann ich auch hinlaufen. Ach, Lufang, was ist denn los? Alter! Ja, den Panther brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, jetzt sieht doch schon wieder nach Aether-Bloot aus. Das gefällt mir gar nicht. Das ist ja unser Blasebalg. Keine Fehler. Alter, ich kann's sagen, was du willst. Die Eisschiever, die Fähigkeiten von der, dass man damit die Ausdauer der Gegner runterhaut, ist einfach übermächtig. Tatsächlich, also das ist echt übel. Das machen so viele Feinde einfacher. Habe ich das auf einfach gestellt? Ich finde es, entweder habe ich dadurch, dass ich jetzt sehr viele Nebenquests nachhole, ist sehr einfach. Ach, das sollte sogar genug für mehrere sein. Oder ich habe es auf einfach gestellt. Na, Action-Fokus. Was ist denn Action-Fokus? Schaltet... Hä? Story-Fokus? Nee, Action. Ich will mehr Action haben. Okay. Ja, machen wir mal eine Schnellreise. Ich müsste mir eigentlich mal eine neue SSD für die Playstation holen. Die wird ein bisschen knapp vom Speicherplatz her. Die 600 GB Konsolenspeicher sind halt für den Arsch. Worum geht's denn überhaupt? Weiß nicht genau. Wohl um irgendeine neue Erfindung. Hast du die Salamanderhaut? Genau wie bestellt. Das reicht locker. Na dann, machen wir uns mal ans Werk. Wenn alle mit anpacken, sind wir nun fertig. Ich würde eigentlich auch gerne mal Final Fantasy VII wieder spielen. Das hat mir echt gut gefallen. Also das Original. Ich glaub's einfach nicht. Das hat mir ja nur angefangen. Das Ding funktioniert tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug. Und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das. Der Wurst ist gerettet. Ja, immerhin hat er Anstand. Easy. Du solltest Schledon danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich hab jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist das Ergebnis. Mit dieser Kohle brennt das Feuer viel heißer und länger. Und der Stahl wird besser denn je. Interessant. Kann ich jetzt auch meine anderen Waffen upgraden? Das wär so super... Ich war immer neidisch auf Schledon. Warum? Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledon eines Tages ebenbürtig zu sein. Aber auch noch so viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie. Ohne Zweifel. Das Dorf hätte ihn gebraucht. Trotzdem ist er einfach auf und davon talentiert und frei. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Ja, das stimmt. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Ach, komm schon. Ich will ihm die Kohle geben und dann gucken, was ich machen kann. Oh, verdammt. Ich wette mit dir, die sind schon zu Hause. Wenn wir im Versteck sind. Wir können ja später nochmal die Endquests machen. Aber ich glaube, das werde ich heute nicht schaffen. Wir werden da viel zu lange brauchen. Aber ich mag solche Spiele tatsächlich gern. Also mir hat Final Fantasy XVI sehr gut gefallen. Final Fantasy XV vielleicht auch. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalk angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Sultan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ist das Kohle? Woher hast du die? Von Sultan. Und er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt. Vertraut ihr mir eure Leben an? Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan und Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Ja, ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Ja, es geht schon irgendwie. Ah, das sind Bros. Der braucht Frauen. Ja, so eine Rivalität kann einen schon gut anstoppeln. Vielleicht sind sie deswegen noch so gut. Das stimmt, aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Ledon, aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Das ist doch super. Auftrag abgeschlossen. Uruboros Bauplan. Was das? Mal gucken, was er bauen kann. Nö. Steinzunge und Meteorfeder. Wo finde ich denn eine Steinzunge? Steinzunge und Meteorfeder. Muss ich mir mal merken. Gut, es sind jetzt nur zwei, aber besser als gar nichts. Vielleicht kann ich es ja sogar noch verbessern. Vielleicht können wir ja dem Prinz hier auch mal was aus den Flügeln reißen. Das ist noch was? Ne, passt. Ah, doch. Ich wollte mal gucken, ob du mir jetzt was Besseres machen kannst. Was verschafft mir die Ehre? Und was darf sein? Ne, du kannst mir nur die Verteidiger verbessern. Nur das Grüne. Das ist noch was? Also, das finde ich auch Quatsch. So. Ja, machen wir mal die zwei. Onkel. Clive, mein Junge. Rutherford hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. So etwas habe ich schon befürchtet. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Einige Städte haben sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrecht zu erhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen überwindet. Das heißt, wenn Sturm nicht zusammenhält, wird es zerfallen. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armeen, mein Junge. Wie ich schon sagte, wir beginnen in den Reihen derer, die geschworen haben, die Ordnung zu wahren. Ja. Aber da könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Na, super. Das war er, bis die akasischen Randler überrannten und dem Heer dort den Garaus machten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der Felger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen. Natürlich hast du das. Der ist vielleicht ein Fuchs. Zu helfen. Unter einer Bedingung. Er will zuerst persönlich mit dir sprechen. Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien. Und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen. Aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Ja, komm, machen wir. Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wir werden bestimmt irgendein Monster besiegen. Er will bestimmt gucken, dass wir, ah, mach bitte das und das. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Ich habe keine Ahnung, was Stolas sind. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Sind das Booten? Sind das Tiere? Das ist so eine Art Briefe und Mitteilungen sind, ja, aber wie werden die übertragen? Das ist er wirklich! Der Kron... Wie geht's? Bedrückt dich was? Ah, nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Drachen zahlt, der so groß ist wie ein Arm. Aber nicht irgendeinen Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Ha, nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt. Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karin haben ihre Lieferanten gefragt, aber... Nichts? Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Oh, haben wir... Von denen machen wir genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Haben wir nicht so ein Chocobo als Silberschwinkel? Können wir den nicht einfach durch die Gegend hetzen, sodass der eine Feder von selbst verliert? Nee, hier hin. So, machen wir aber bei Marthas Rasthalter. Gucken wir mal, wo wir da so eine Silberschwinkel herkriegen. Bestimmt nicht. Entschuldige, ich suche etwas. Oh, dann kann ich helfen. Sicher? Eine silberne Chocobo-Feder. Da kann ich doch nicht helfen. Oder auch nicht. Aber du bist zumindest nicht der Erste hier, der den Vogel erwähnt. Vor kurzem kam ein Mann in die Rast und behauptete, ein silberner Chocobo hätte ihn angegriffen. Nahe einer verfallenen Hütte, unweit von Eastpool. Man hielt ihn für einen Angeber und Lügner, aber... Wer weiß, vielleicht war da ja doch etwas dran. Vielleicht. Oh, nee. Können wir nicht einfach unsere... unsere komische Schwinge rufen? Wir haben wieder ein paar Zimmer frei. Wenn ihr einen Platz zum Schlafen sucht. Schlecht mit Martha. Ja, die Martha ist hier die Chefin. Die weiß alles. Auftragsziel in der Nähe. Martha, weißt du etwas? Siehst aus, als könntest du was zu trinken vertragen. Immer. Schau bald wieder vorbei, ja? Na klar, Süße. Wahrscheinlich wegen dem Spiel. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Das zwitscht... Ja, dieses Spiel ist für erwachsen. Also, das finde ich auch krass. Switch hat dieses Spiel ab 18 einkategorisiert, weil dort Blut, Gewalt sind. Aber wahrscheinlich wegen der Nacktheit. Aber eigentlich ist das Spiel USK 16. Twitch macht das ja automatisch mit den Kategorien. Wenn du den Spieltitel als Kategorie eingibst. Nö, eigentlich nicht. Ja, die Martha ist die gute. Die ist hier aber die Chefin. Also, hier musst du echt aufpassen. Die Martha ist schon... ...ne Dufte. Tausend Dank. Besten Dank. Bis irgendwann. Nur weil der Himmel verrückt geworden ist, müssen wir das... Ich hab Grünzeug in allen... Genau. Alter, was ist denn mit der Capture Card los, ey? Wenn das so ist, wirst du nichts außer Gerüchten finden. Silberne Chocobos hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden wohl wegen ihrer Federn ausgerottet. Irgendein nordischer Blödsinn über Glücksbringer... Hat weder Ihnen was gebracht, noch Ihren Vögeln. Falls es noch welche gibt, werden sie ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Du hast wohl recht. Trotzdem danke. So wie die spricht, spricht die nicht das erste Mal über Vögeln. Übers Vögeln. Entschuldigung. Ja. Hallo. Aber du bist eine Kortisane. Bist du nicht eher für andere Dienste tätig? Ich hab keine Ahnung. Obwohl ich nicht glaube, dass die Martha sowas hier duldet. Ja, eine Chocobo-Feder. Achso. Rihannas Ritt. Was zum Geier. Schocobo-Bons, die wir essen, sind wohl die Eier von den Vögeln. Auf jeden Fall. Aber nicht die Eier, die sie legen. Man erkennt ja kaum was. Ein sonniger Dach. Ja gut, wir sind Stufe 46. Ja, die Akazische Blüte hält glaube ich ein bisschen mehr aus. Da ist etwas Großes. Da hinten ist ein Troll, aber das brauchen wir tatsächlich nicht. So, weg mit den Viechern. Ja. 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 Ach nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ciao, geil, komm. Spuren. Ausnahmsweise mal nicht von Banditen. Sind die Spuren noch hier? Ja, hier. Aber wir haben noch so ein Chocobo. Mehr Spuren. Und noch ganz frisch. Ein Chocobo war hier. Gerade erst. Vielleicht ist es noch. Können wir nicht einfach hier vorne eine Feder nehmen? Das ist doch eine silberne Schwinge, oder nicht? Äh, das sind Chocobos. Straußenähnliche Gefährten. Ich glaube nicht, dass der hier... Das ist doch perfekt. Das glaube ich nicht. Jetzt gibt es Chicken Wings. Alles gut. Ich will euch nichts tun. Ich brauche nur eine Feder für meinen Freund. Als ob die das verstanden hätten. Das glaubst du wohl selbst nicht. Schnell zu Gev, bevor sie sie zurückfordern. Okay, das war ein echt schwache... Das war eine schwache Nebenquest. Ich dachte, jetzt kommt so ein riesen Vieh an. Ich musste mit den Chocobos zusammen so ein riesen Monster besiegen. Und als Dank, äh... Geben die mir so ein Vieh. Ach, das habe ich doch gern für dich. Glyph, du bist wieder da. Na, easy. Und wie lief's? Glück gehabt? Ja, passt schon. Du heiliger Kristall. Ist es das, wonach es aussieht? Ja, hab ich noch aus meinem Sack gezogen. Wo zur Hölle hast du die gefunden? Aus meinem Arsch. Eine lange Geschichte. Ich find's halt Quatsch, aber wir haben doch Silberschwinger als Chocobo, also... Direkt an der Straße nach Eastpool. Ha, wer hätte das gedacht? Der Ort war jahrelang verlassen. Die leere Hütte war das perfekte Versteck. Aber ich... Fürchte, meine Anwesenheit hat die armen Vögel vertrieben. Mach dir keine Vorwürfe. Die Fäule kommt irgendwann auch nach Eastpool. Auch wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten sie weiterziehen müssen. Die finden was Neues. Glaub mir. Die Fäule sollte eigentlich aufgehalten haben. Tun wir bedrohten Tiere genau das. Jedenfalls hast du's geschafft an eine ihrer Fehlern, bevor sie geflüchtet sind. Man hat... Es gibt eine Theorie. Kristalle sammeln Magie. Und... Verziehen. Gibt wohl einiges, das du nicht weißt. Und diese... Und ähm... Dann gibt es halt... Da gibt es halt auch Fäule, die sich dann verbreitet. Und da versuchen die Menschen halt davor wegzukommen, weil da nichts mehr... Wechsel so ein Kram. Nicht von deinem Avis, Sid. Ich hab endlich selbst eingeregt. Und da gab es halt der Sid, den wir dann... Den wir dann hier ersetzen. Ich bin stolz auf dich. Er hatte die Theorie gehabt, dass die Mutterkristalle... Die Lebensenergie des Planeten sammeln. Und dadurch verbreitet sich die Fäulnis halt. Und dementsprechend... Hey, nicht schlecht. Wenn du einmal an den Nagel hängst, kannst du damit sicher gutes Geld verdienen. So sieht's aus. Und dementsprechend... Ich will mal nachsehen, ob Edda wach ist. Grüße von mir. War unsere... Unser Test, die Mutterkristalle mal zu besiegen, um diese... Wir entziehen der Umgebung sämtliche Lebensenergie... Um die dann irgendwie als eigene Magie zu nutzen... Aufzuhalten. Und dementsprechend... Ja, mal gucken. So, wollen wir mal mit der Edda sprechen. Ich würde gerne wissen, wo die Jill ist. Mit der würde ich gerne nochmal sprechen. Also hier, die Mädels sind teilweise echt gut schön. Tarja. Wie kann ich dir helfen, Clive? Na, überall. Aber ich hab schon alles gehabt von dir. Übernimm dich nicht, Clive. Ja. Dank Tayas Tee haben die Anfälle aufgehört. Hoffentlich bleibt das auch so. Jote. Kannst du euch behilflich sein? Nein, alles gut. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Ah, Milord. Wie geht es dir? Ja, super. Ja. Stimmt etwas nicht? Was? Nein. Gar nichts. Ähm. Ich meine... Ich... Äh... Sagt es mir. Bitte. Oh. Wie schön. Habt ihr das gemacht? Wir haben es gemacht, ja. Es ist von uns allen hier im Versteck deiner neuen Familie. Ein Glücksbringer. Wir machen sie im Norden, wenn ein Knirps unterwegs ist. Ich meine, ein Kind, um ihn in seiner Familie willkommen zu heißen. Ein Knirps, ein Kind. Und gefällt er dir? Ich... Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen Dank. Für alles. Falls du etwas brauchst, sag uns Bescheid. Mach ich. Ach, das ist ein guter Anführer. Und Gav hat das... Ach, die beiden machen das schon. Was waren wir? Ich bin durstig. Das habt ihr euch verdient, Jungs. Das habt ihr euch verdient. Super. Und jetzt so richtig so... Das ist die Frau von deinem Bruder, du Affe. Du hast auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Lichtblick in all dem Dreck. Der hat gut einen... Er hat gut einen Sitzen. Kurz nach meinem zehnten Namenstag sagte meine Mutter, dass sie noch ein Kind bekommt. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich hatte mich schon so auf einen Dreikäsehoch gefreut, wo ich doch der letzte im Wurf war. Endlich kam meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich ein großer Bruder sein kann. Am Tag der Geburt kamen dann die Kaiserlichen bei uns an. Ich hatte eine kleine Schwester. Nur ganz kurz. Meine ganze Familie musste dran glauben. Nur ich hab mich versteckt. Ich kleines, rückgratloses Arschloch. Ein toller Bruder bin ich geworden. Ich werde nie ein Anführer sein. Und ich werde nie ein Held sein. Ich bin nur ein dämlicher Hund, der angerannt kommt, wenn sein Herrchen ruft. Jetzt ist er aber Depri. Bist du fertig? Vielleicht. Naja, wenigstens gräbt er die gute Dame hier nicht an. Bist du wohl unser bester Späher? Hm? Weil dir niemand unter die Arme greifen muss. Ohne dein Einfallsreichtum, deinen Mut und deine Verbissenheit wären wir aufgeschmissen. Vielleicht würden wir von einer Klippe hängen wie... Das passiert nie wieder. Genau. Du hast daraus gelernt. Und jetzt bist du hier. Nach weiß der Himmel wie vielen Missionen. Jeder hat dich stärker gemacht. Erinnerst du dich an Rosalith? Wer hat mich aus dem Kerker geholt? Und wer war es, der Jill gerettet hat? Das war ich. Weil du unser Bruder bist. Mein Bruder. Er kann einfach da auch allen sitzen. Merkt man so ein bisschen. Dein Bruder. Okay, das ist lustig. Aber nicht meine Jill. Die kriegst du nicht. Also wenn dir die Marta gefällt, dann, ähm, könnt ihr dir die Jill auch gefallen. Ich muss sie nur finden. Okay, das war lustig. Die Nebenquest war zwar lame, weil ich keine Monster besiegen musste, aber die war lustig. Ich hatte ungefähr eins zu viel. Ja, klar. Du hattest zehn zu viel. Das würde ich jetzt auch sagen. Na, ich war halt durstig. Ich gehe lieber wieder an die Arbeit nach einem kalten Bad. Äh, Clive? Was ist? Also wenn ihr euch jetzt küsst, dann ist aber vorbei hier. Dann gibt's aber eher. Meinst du, sie kommen zurück? Nein. Sei schön vorsichtig, hörst du? Aber mach dir keine Sorgen um deine Kleidung. Wenn etwas kaputt geht, flicke ich es dir, wenn du wieder zurück bist. Oh, die Hortense, die ist super. Du stehst doch auf Bromance. Ich hab keine Ahnung. Ich kann mit dem Begriff nicht viel anfangen, aber ich kann es mir ableiten. Und? Hoffnungslose Romantikerin, oh wei. Ach, hoffnungslos oder hoffnungsvoll? Warum kann ich da nicht runter? Ich bin hier der Chef. Also wenn die jetzt mich meint, gibt's ein Problem. Ich lag immer mit der Jill schon nackt am Strand. Was ist denn die Jill? Vivian! Sieh an, schon wieder hier? Na klar. Womit kann ich dir heute helfen? Studiere sie gut, Clive. Über Stillwind zum Phönix-Tor. Ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Obwohl du eigentlich hier schon was hattest, ne? Der Dior war ja mit seinem Kommandanten, äh. Das werde ich nicht vergessen, Milord. Ja, passt schon, Olaf. Ich gehe nach Eastpool. Doch sobald die Arbeit dort getan hat, sehr... Wo sind die Jill? Ah, hier. Hallo, Sweetie. Was hast du auf dem Herzen, Clive? Irgendwo, tief in mir drin. Oh, sprich doch weiter! Das war jetzt gerade so falsch. Irgendwo, tief in mir drin. Hab ich immer gewusst, dass es so kommen würde. Dieser Moment war unausweichlich, Jill, und er wird entweder Ultimas Ende oder unseres. Ich weiß, aber... Ich bin noch nicht bereit dafür. Und wenn ich daran denke, was du auf dich nehmen musst, würde ich am liebsten weinen. Dann weine, schreie, lache, tu das, wonach dir zur Mutte ist. Unsere Gefühle machen uns zu dem, was wir sind. Und sie sind das, was uns Ultima überlegen macht. Danke, Clive. Aber ich habe mir vor langer Zeit geschworen, dass mich nie jemand weinen sehen wird, außer den Sternen. Und deshalb verwahre ich meine Tränen, bis die Wolken sich wieder lichten und der Himmel sich uns wieder zeigt. Oh. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein, Clive. Oh. Die Jill ist schon eine Süße. Na gut, ist ja auch unsere Kindheitsfreundin tatsächlich. Eigentlich wollte ich das DLC machen, aber ich finde die Nebenquests gar nicht schlecht. Bocklet. Ach, Eloise. Was führt dich heute zur Karawane? Alles gut. Als wir von zu Hause weggelaufen sind, haben wir unsere ganze Vergangenheit hinter uns gelassen. Nicht nur die Reichtümer unserer Familie, sondern auch unsere Identität. Ich wurde zu Eloise, mein Bruder, zu Tiro. Auf einmal hatten wir nichts außer unseren Namen und einem Hass auf die eine Gesellschaft, die mein Bruder versklaven wollte. Das hat uns erst recht angesprochen. Wir schworen uns, andere zu retten, die Theos Schicksal teilen. Aber dafür bräuchten wir zwei Dinge, Geld und Vertrauen. Wir suchten uns Arbeit und legten so viel Geld wie möglich zur Seite, um Träger freizukaufen. Wir erklärten ihnen, dass sie nun frei sind und gaben ihnen allen eine Wahl. Entweder sie können für uns gegen gerechte Bezahlung und eine Unterkunft im Bocklet arbeiten, oder wir würden ihnen helfen, ein anderes Ziel sicher zu erreichen. Die meisten haben sich aber dazu entschlossen, bei uns zu bleiben. Tiro hatte sie mit seiner Offenheit sofort für sich gewonnen. Im Grunde war er erst, der sie alle gerettet hat und auch mich. Er fehlt mir so sehr, aber er lebt in unserem Herzen weiter und ich werde die Arbeit fortführen, die wir beide begonnen haben. Ich spüre, dass er über uns macht. Ach, Eloise. Ich weiß, dass der Tod deines Bruders an dir nagt, aber das passt schon. Tor der Republik. Oh, und ich kann nicht... Siehst du das auch? Ja, da müssen wir hin. Das ist mein Schwanz, der von der Decke ragt. Entschuldigung. 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 Das sind meine Eier. Fuck. Auf geht's. Ja, so viel schneller ist viel jetzt nicht. Ah, komm, das sind Runde. So. So. Was macht der alte Mann da schon wieder? Wenn der Hälse und Feiglinge, ihr alle, wenn ihr einen Kampf wollt, dann sollt ihr ihn bekommen. Um die kümmere ich mich. Ich brauch keine Hilfe. Bitte, Herr Feldmarschall, überlasst es ihm. Das wird schnell gehen. Ganz schnell. Richtig. Alter, euch schlüpfe ich weg wie Koks oder meine Vordir, Wichser. Ich glaube, was war da. Ja, was war da. Ja. 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 alter also die guten fähigkeiten halt drauf zu haben er ist schon echt nicht schlecht etwas länger als gedacht feldmarschall eugen habe ist einer von euch verletzt nein milord ihr seid genau gekommen als uns der geleitschutz in den rücken fiel verdammte verräter ich habe von soldaten am rande der republik gehört die ihren alt gebrochen haben aber ich wusste nicht dass die korruption so nah ans herz unseres landes heranreicht eine schande ist das links im dreck hat natürlich versucht mich zu warnen oder bevorzugst du sie dir geächtete sucht es euch aus ich bleibe derselbe viel wichtiger ist meine bitte mein onkel will die welt ins lot bringen und dazu braucht er eure hilfe aber denn hier kinder woher nur also ich irgendetwas viele kitkats herum fliegen möchte ich dir eine frage stellen was versprichst du von all dem ich bin zweifellos mitverantwortlich für dieses chaos doch ich möchte einen neuanfang für uns alle auch wenn meine entscheidungen nicht immer die richtigen gewesen sind so was schnaboliere ich denn mal sie gehen da bohren oder kinder schoko oder die haribo die wir zu leben und zu sterben haben man hat uns unsere entscheidungen genommen jetzt haben wir die chance das zu ändern doch um sie zu ergreifen müssen wir zusammenstehen und sei es an der seite derer die anders denken als wir nicht die worte die ich von einem geächteten erwartet hätte aber vielleicht hat ein onkel recht du bist kein gewöhnlicher geächteter ich hasse es wenn er recht hat ich hasse es wenn er recht hat unter kontrolle zu bringen dann nehme ich kontakt zu meinen kollegen in der kaiserlichen armee auf und bringe sie dazu die ordnung in ihren eigenen gebieten wieder herzustellen danke herr feldmarschall aber sie sind nicht die einzigen die wir überzeugen müssen was meint ihr ein paar generälen kann ich sicherlich vernunft einprügeln um deren vorgesetzte zu überzeugen bedarf es allerdings eher einer gewissen raffinesse wir brauchen einen gesamten jemanden der selbst den stursten staatsmann umgaben kann ich vielleicht vielen dank aber ich bin auch kein diplomat und ich muss mich um andere probleme kümmern was wir brauchen ist ein fähiger vermittler und ich kenne vielleicht den richtigen also so langsam haben wir richtige connection und ist der zufällig auch ein geächteter von einer etwas anderen sorte wir haben wohl keine wahl wir müssen wohl alle den inneren geächteten in uns finden wenn wir das überleben wollen nun gut schickt einen mann gleich zu mir mache ich wer könnte das sein mein werter lord euer onkel hat mich angewiesen den feldmarschall bis zu seinem anwesen in port isolde zu begleiten dann wird mein gefährte dort zu euch stoßen sehr wohl mit dem wissen von wem man spricht ein gesandter ich würde wohl kaum irgendjemanden überreden ich bringe nicht mal meinen bruder dazu seine medizin zu nehmen das muss jemand mit erfahrung machen das könnte ich habe keine ahnung ich habe kein bild von quentin im kopf aber was das angeben ich mit namen sowieso gegenüber das doch wurde von äther geflutet sieht man schon das verheißt nichts gutes der ruf ist verschont okay das wundert mich ich habe einen vorschlag für dich einen vorschlag irgendetwas sagt mir dass es um mehr geht als ein faßgoltan gold also gut ich höre ich soll die herrscher und minister der reiche davon überzeugen einfach ihren stolz zu vergessen und das einzige zu tun was ich seit jahrtausenden als unmöglich erwiesen hat ist das alles kann ich dir noch eine silberne chocobo feder bringen ja ich hab schon welche ich weiß es ist viel verlangt aber wenn es jemand schafft dann du doch dafür müsste ich das wenige aufgeben das mir noch geblieben ist clive die menschen aus kielbrück sind meine familie ich werde sie nicht verlassen finde jemand anderen das ist bedauerlich ja ist es warum denkst du das was er verlangt ist das anders als das was du bis jetzt gemacht hast du sollst denen eine stimme geben die nie eine hatten das kannst du am besten falls du dich um das weingut sorgt wir werden die trauben ernten und die fässer erfüllen das weißt du das ist es nicht was ist das dann wir sind eine familie oder vertraust du uns du weißt dass ich das tue na dann lass doch alleine schaffen die schon willst du dann sagen dass du nur uns retten willst warum allen anderen den rücken zu kehren ja das in dem quest da sind noch nicht wir sind noch nicht mal das dlc aber das dlc ist auch nur neben quest glaube ich könnte dir das gleiche doch mit der ganz der erste teil das zweite zweite teil mit dem es ist oft links kommt noch die haupt story haben wir auf youtube schon fertig das sind also also hilfst du uns und den finalen kampf ja dann ist das spiel hat vorbei ich gebraucht deswegen ist der speicherpunkt ja vor dem finalen machen erklären er ist in portisolde eine gruppe fluchbrecher wird dich sicher dorthin bringen das würde ich sehr zu schätzen wissen aber ich finde es halt ganz gut dass so gehört die straßen sind alles andere als sicher dass du ein wenig dass du dort gute infos kriegst so von den von den leuten halt so story elemente noch sind es alte also mit joshua muss ich sprechen dann fängt das erste an oder das erste was ich brauche ich brauche zwei verschiedene nebenquests muss ich fertig machen damit sich das dlc starten kann ich habe keinen moment an dir gezweifelt rutherford sollte ihn gerade zu deinem anwesen zurück begleiten aber so manche sie und noch jemand noch jemand wer genau lord habe war besorgt er könne zwar die generäle zu einem abkommen bewegen politische machthaber ließen sich jedoch nicht so leicht überzeugen er fragte mich nach einer lösung und ich schlug ihm einen gewissen justizbeamten vor der befreier wurde ist das einer deiner mitverschwörer quentin würde mich wohl einen der seinen nennen aber ja noch ein geächteter also genau was wir brauchen um diese verkommenen politiker zurechtzuweisen gute idee clive schön dass du das so siehst je mehr desto besser angenommen havel und quentin lösen unser problem mit den armeen du hast nicht gesagt was wir wegen der getreide knappheit machen keine sorge mein junge die sieben hohen häuser kümmern sich darum sie alle versprachen bereits großzügige spenden natürlich braucht es ein wenig überredungskunst doch zum glück hatte ich unerwartete hilfe von wem es heißt du hättest lady arians haushofmeister rock fort gerettet vor einer horde blutrünstiger banditen es war eher eine handvoll die alte dame war so angetan dass sie eine schiffsladung goldwaren an meine privaten docks liefern ließ und als die anderen häuser habt ihr auch ab und zu mal audio abbrüche vom spiel oder so laut und leise oder es ist nur bei mir sonst könnte nämlich das signal der capture card vielleicht mit dem empfänger des headsets jetzt muss ich zu meinem an probleme machen so bald wie möglich ja natürlich wie das bei euch ist und wie bitteschön bringen wir das getreide in die hauptstadt wenn die straßen voller akasischer sind über eine andere verdammte straße ich habe nur wenige männer und die schicke ich nicht einfach in eine äther flut es sei denn du willst dass sie sich auch verwandeln dann würden sie weniger essen sagte er in dessen bauch die rationen einer kompanie passen meine soldaten brauchen ihre rationen ohne nahrung die sie bei kräften hält sind sie tot noch eh diese sinnlose mission begonnen hat wenn ich etwas sagen dürfte vielleicht sagte er in dessen auch eine ration von 100 leute reinpasst zwar sind die versorgungswege unterbrochen doch schiffe haben wir reichlich in der tat dümpeln sie in jeder bucht von hier bis randela mangels sicherer herrlich lasst sie anlegen und füllt ihre bäuche mit getreide und wenn die menschen in den städten satt sind schickt die vertriebenen zurück aufs land um die felder zu bestellen aber ihr möchtet sicher fortfahren mit eurer diskussion verzeiht die unterbrechung ich möchte mich ungern in die belange zweier so guter freunde ein rutherford schwärmte von eurer großen verbundenheit wir freunde ich kann ihn nicht ausstehen ich bezweifle langsam ob du mit den richtigen leuten verkehrst welchen umgang hast du denn bitte von einem kriminellen wie immer wartet kriminellen du wachst es du bist nicht würdig dieselbe luft zu atmen wie dieser aufrechte junge mann aufrecht er ist bekannt als sind der geächtete langsam drehen wir uns im kreis eine nette umschreibung von markt in der fettsack fangen wir noch mal an wir beabsichtigen weder eine neue nation zu gründen noch wollen wir irgendeinen thron beanspruchen wir wollen lediglich stabilität ins land bringen damit die menschheit den sturm überstehen kann und dazu müssen wir die mächtigen davon überzeugen die generäle die staatsmänner die adeligen dass unsere sache gerecht ist es wird unstimmigkeiten geben und wohl auch einiges an widerstand viel sogar aber das darf uns nicht abschrecken wenn wir ihnen den weg zeigen ihnen zeigen dass wir ihn selbst gehen dann werden sie uns sicherlich folgen das schicksal der welt liegt in den händen meines neffen aber das wohlergehen ihrer bevölkerung liegt in unseren wir müssen die chance die gleich uns gegeben hat nutzen onkel bayern ich wenn das geklärt ist kommen wir zur unterzeichnung des abkommens denn welcher große moment der geschichte wurde nicht von einer zeremonie begleitet er guckt dass wir das nicht gut ist ja ich präsentiere die dreieinigkeit rutherford mein fedakil was zum geier okay hat aber was christliches tatsächlich dreieinigkeit ja schon schon okay alter augen was war das mein junge die bühne ist bereitet das ist sie du wurdest für diese rolle geboren jetzt bitte ich dich auf die stärken deiner neben darsteller zu vertrauen wir spielen unsere rollen so gut wie möglich damit du die möglichkeit hast zu glänzen jetzt übertreibt man nicht alter man braucht ihren zur trend und der beste trend live bist du ich will dass du den vertrag behältst als zeichen unseres vertrauens werde ich danke onkel okay alle guten dinge sind drei drei kleine eier habe ich in der hose mache ich meine hose auf dann lasse ich sie auch los so seines glückes schmied 4 wo ein wille ist ich glaube das sollte ich machen das ist eine der nebenquests die ich brauche das dlc zu starten weil ich habe da jetzt auch irgendwie bisschen bock das zu machen die andere nebenquests ich kann ja ewig machen und sagt nicht nichts es ist nur sehr hat mir geschrieben man hat vaters letzten willen gefunden oder etwas in der art sein wenn wie eine riesige statue von seinen eiern auf berg bauen ja und das schluss rosalit oh fuck nachdem kubka die kaiserlichen verjagt hatte haben die ewigen die gelegenheit genutzt sich dort noch einmal gründlich umzusehen und dabei haben sie wohl einen brief von vater gefunden jetzt liegt dort alles in schutt und asche sire bettet dass ich ihnen tabor aufsuche ich werde natürlich hingehen aber kommst du mit mir klar natürlich ich möchte auch wissen was in dem brief steht danke wir können jederzeit gehen let's go da bin ich mal gespannt also mit dem muss ich wieder sprechen ich hoffe eure reise war nicht zu beschwerlich ihr habt einen brief von vater ja hier ist er wärt ihr so freundlich milord also unser papa ja das passiert manchmal ich weiß nicht woran es liegt ich weiß dass ich euch in diesem krieg der uns bevorsteht viel ab verlangen muss jedoch sehe ich keinen anderen weg zukunft unseres landes und unserer familie zu sichern doch selbst wenn es uns gelingen sollte die barbaren zu bezwingen und drachen hauch zurück zu gewinnen bleibt die gefahr der freude weiterhin bestehen eine gefahr gegen die wir und nur dann siegreich werden sein werden wenn ganz rosaria zusammensteht so der begründer es will werden meine pläne unser überleben sichern aber die hindernisse welche uns im wege stehen sind immens zu meinem leidwesen wird es daher eure aufgabe sein mein werk fortzuführen ich weiß dass ihr die kraft den mut und den willen dafür habt es schmerzt mich dass ich euch diese schwere erde hinterlassen muss diese schwere erbe hinterlassen muss deshalb habe ich noch ein weiteres für euch von dem ich hoffe dass es euch auf immer an meine liebe und meinen glauben an euch erinnert euer vater ein erbe anscheinend hat der verstorbene großherzog diese botschaft kurz vor seinem tode verfasst am tag vor den geschehnissen beim phoenix tor von welchen plänen spricht er von seinen plänen für das herzogtum euer gnaden euer vater hat sie meinem vorgänger anvertraut dem vorigen führer der flammenfeder und nun ist es an mir sie zu bewahren ihr erklärtes ziel ist die vollständige gleichstellung aller träger auch konkrete vorhaben finden erwähnung der bau einiger krankenhäuser für die behandlung jener welche am kristallfluch leiden und auch die gründung einer neuen universität zur erforschung und entwicklung nicht magischer technologie da sich die feule immer weiter in valistea ausbreitete sah großherzog elwin darin den einzigen weg das überleben rosarias zu sichern er wollte die träger gleichberechtigt sehen dafür wollte er mit allen traditionen brechen kein wunder dass ein leben dafür nicht ausgereicht hätte aber er glaubte dass es eines tages gelänge andernfalls hätte er diesen brief nicht geschrieben und aus seiner vision nicht mit den treuesten seiner diener geteilt welche auch euch treue geschworen und vor den machenschaften gewisser euch kaum zugetaner person bewahrt hätten leider haben nur solche personen überlebt eures vaters engste freunde haben als erste den zorn der herzogin zu spüren bekommen doch eine ist geblieben und sie hat etwas für euch bewahrt wie meint ihr das vielleicht sollte sie es euch selbst erklären milord schließlich beschränkt sich meine aufgabe als führer der flammenfeder darauf das testament seiner gnaden zu finden und euch mit einer dame bekannt zu machen die es vollstrecken wird soweit sie es vermag zumindest und wo ist diese frau sie erwartet euch im archiv euer gnaden danke sir wollen wir da bin ich mal gespannt welche dame die zwei brüder beglücken darf ähm hört sich falsch an dabei haben die ja waifu wir haben die chill und der hat die andere tussi da das ist eine alte oma hat sich aber gut gehalten ich erkenne euch kaum wieder auf jeden fall jazzy ich bin godetha gefolgsfrau von haus rossfeld treue dienerin des phoenix und seiner schilde euer vater großherzog elwyn hat mir ein geschenk für euch anvertraut bitte vergebt mir dass ich meiner pflicht erst jetzt nachkomme es gibt nichts zu vergeben ganz im gegenteil wir schulden euch dank für eure dienste ich tue nur meine pflicht wie alle rosarier es tun würden milady bitte erzählt uns doch mehr von was für einem geschenk sprecht ihr wie ihr sicher wisst war es lange zeit brauch im hause rossfeld dessen kindern zur volljährigkeit ein besonderes andenken zu überreichen ja das stimmt entschuldige unser vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen ja achte sein wird gefickt wäre es ihm vergönnt gewesen hätte er euch ganz besondere geschenke gemacht ein paar armbänder für jeden von euch leider kam alles anders er wurde uns genommen noch bevor er seine gaben vollendet wusste seine gnaden hatte beabsichtigt den herzstein der die armbänder zieren sollte selbst zu erringen doch schlussendlich verblieben seine geschenke unfertig ich verstehe es betrübt mich sie in diesem zustand zu überbringen euer vater wünschte sich dass ihr sie in vollendeter form erhaltet und nicht noch in arbeit aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige herzstein fehlt konnte ich nichts tun ihr seid nun erwachsen und sein haus ist eures natürlich möchte ich euch nicht bringen den herzstein an seiner stadt zu erobern und doch weiß ich dass ihm nichts mehr freude bereitet hätte er wäre so stolz auf euch da war doch klar oh jetzt wird es interessant doch ihr werdet nicht lange suchen müssen ein gewisses exemplar nistet derzeit im schatten des titanen nicht weit von hier unausgesprochene frage unausgesprochene frage unausgesprochene frage zu ende würdet ihr seinem andenken ehre machen was meinst du joshua was wohl back auf den greifen na klar chicken wings der nistplatz liegt im süden doch seien wir vorsichtig godetha wurde schließlich schon einmal enttäuscht das gibt es hühnerbrust chicken wings und hähnchenkeulen guck mal da wackelt schon der chocoboda vorne mit dem arsch schenkel so schön angebraten mit ölpaprika und salz gewürzt großes grillhähnchen in xxl so nach links und dann geradeaus ok augen auf joshua ok 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 Alter. Ja, komm her! Au! Alter! Die da lappen! Ja, da war. Bam, 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 bam. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen. Alter. Ja, gut gefressen. Der schreit wie ein Affe, ey. Wie ich beim Kacken. Ist das der Herzstein? Lady Godethar wird es wissen. Ach so, da wollen wir der alten Mord sagen hier. So, Wilde Hilde. Ihr seid wohlbehalten zurück. Easy. Auf jeden Fall. Und der Herzstein herum. Ja. Dieser helle Glanz. Wie gefrorene Flammen. Wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden. Euer Vater wäre so stolz. Acht neue Charaktere. Lady Godethar? Der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu. Bei Mario Kart 8 Lux. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Ah, die machen jetzt Werbung dafür, weil ich Vollidiot. Ah. Meine Nintendo Online Mitgliedschaft hört ja heute auf. Stimmt. Da war ja was. Die Armbänder sind fertig. Bitte nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde. Innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen. Als Phönix und Schild einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch seinen Erben stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Danke, Lady Goddothor, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönix Tor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwyns Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godetha, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Gut. Verlasse die Schriftkamera. Okay. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Haha. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Frage. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönix Tors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Ja. Komm, Clive. Der war bei mir. Er wartet. Wo ein Wille ist. Genau, das ist eine der Quests, die ich ablegen muss. Und Blumen für ein Lächeln. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Denkst du, wir sind stark genug? Um die Welt zu retten. Bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Oh nein. Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich bedenke, was wir jetzt wissen. Zu Mutter in der Lage waren. So, machen wir ein paar Chicken Wings, hä? Aber vielleicht mit den Armbändern. Ihnen bei uns zu wissen, hätte sicherlich geholfen. Ja, super. Ah, was haben wir denn hier? Hallo? Oh, ich muss die Mutter. Na ja, gut. Stufe 33, ja. Na ja, gut. Stufe 33, ja. Na ja, gut. Na ja. Na ja. Na ja, gut. Und das war eine Wunschproduktion. Das ist fertig. Da ist das Ding, die Mutter, du Fotz-Nvieh. Das ist fertig. Na ja, gut. Du kannst doch jetzt einen Mononen wochen. ich finde es geht das einzige wo ich immer ein bisschen zu kämpfen aber es wenn ich mir ein halbes hähnchen hole weil ich immer noch brötchen und kam dazu essen da vorne ist es da habe ich dann immer so ein bisschen zu kämpfen vater hat immer für das gekämpft woran er geglaubt hat in der nacht am phoenix tor ist mir klar geworden dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte das hatten bis dahin immer andere für mich getan welche wendung sein schicksal auch nahm er hat nie den mut verloren nie gezweifelt nie aufgegeben für mich war er mein größtes vorbild und ich versuche immer noch ihm gerecht zu werden wie wir alle gleich wie wir alle das werden wir auch weiter weil er es genau so gewollt hätte ja und es ebenso getan hätte auch wenn das bedeutet die götter selbst herausfordern zu müssen ja aber wie kann das denn ich muss ja ganz ehrlich sagen du hast geschrieben ja ja chicken wings sind besser als chicken legs die sind mir mittlerweile zu groß jetzt hast du aber geschrieben ich esse ein ganzes grillhut ist mir noch zu wenig aber früher brauchte ich zwei das verstehe ich jetzt nicht so ganz jetzt schicken wings zu viel zu gut weil die chicken wings zu viel sind oder was da los ich bin das ein bisschen überfragt gerade aber chips jetzt ich gar nicht mehr so viel es geht mittlerweile ich trinke halt viel süß kann das mein problem verlass dich auf uns bezog sich vermutlich auf die ff monster ah ja gut okay verstehe auf die chocoboss weiter geht's weiter bis zum ende und dann zum neubeginn finde ich immer interessant dass der thron aufhört wenn der auftrag abgeschlossen ist aber ja das ist halt ja die vier hauptbosse waren halt geil ne geruda war okay beistand von joshua so das muss ich machen und blumen post ich habe post ich habe post joshua blumen für ein lächeln ja das ist das ich habe keine ahnung aber wir müssen was für die jill machen ich sollte mal mit ihm reden bei der chill geht es auch gut oder mäuschen ist es etwa schon an der zeit nein alles gut ich werde die ganze zeit bei dir sein ja siehste hätte er mir das nicht direkt sagen können joshua joshua wegen jill ich glaube du hast recht sie benimmt sich anders seit seit wir von drachen grad zurück sind ganz anders als früher ja du hast sie ja auch von der küste gefickt du Affe und das dürfte nicht schwer zu erraten sein warum sie denkt dass sie uns keine hilfe mehr ist ja ja und deshalb müssen wir sie daran erinnern dass sie noch immer zu uns gehört daran wie dringend wir sie hier brauchen jetzt mehr denn je obwohl ich fände es eigentlich cooler dass du sie noch brauchst für die ähm ich muss ja ganz ehrlich sagen ich fände es eigentlich cool für die freundschaft das ist es was soll ich sagen erinnerst du dich an damals als wir vater auf seinem ausritt begleitet haben als jill und ich ausgeschert und auf die man höhe geritten sind ihr wolltet die schneeastern sehen das weiß ich noch es war das erste mal dass wir mitkommen durften als vater merkte dass ihr weg wart scheuchte er sein gesamtes gefolge durch die landschaft um euch zu suchen haben die miteinander rumgeküsst und als sie da nackt in der Küste lagen das weiß es nicht ganz und dann kam dieses Gewitter und wir mussten uns im Wald unterstellen irgendwo auf halber Strecke gefunden hat uns dann der Herr Kommandant höchstpersönlich er war nicht gerade begeistert das heißt ihr wart nie wirklich da und könnte das jetzt nachholen ja weit wäre es nicht na dann auch wenn die Männenhöhe sich sicher verändert hat nicht viel von Südrosaria ist heute noch so wie damals du meinst ich soll erst nachsehen ob dort Banditen sind ich meinte wir könnten zuerst nachsehen ob dort überhaupt noch Schneeastern wachsen was würdest du nur ohne mich machen ja das machen wir doch ich fände es für die äh für die Freundschaft zwischen äh Clive und Jill tatsächlich besser oder cooler wenn die äh trotzdem dass sie halt äh nackt auf der Klippe gewesen sind oder am Strand äh dass die es nicht miteinander getrieben hätten das wäre cool wir sind da aber es tut mir leid Clive es bleibt doch nichts verschont und was nun wir suchen weiter es muss doch noch andere Wiesen geben wo Schneeastern zu finden sind vielleicht aber das ist der einzige Ort den ich kenne Kanta meine ich und wenn wir jemanden zu Rate ziehen der sich auskennt im Versteck meinst du versuchen wir es das weiß ich tatsächlich nicht so ganz also Jill und Clive sind halt auch Jugendfreunde die kennen sich schon seitdem sie kleine Kinder waren vielleicht weiß einer von den Gärtnern wo noch Schneeastern wachsen und dementsprechend ja als wir Titan besiegt haben war das Titan oder war das äh Odin das mit dem Donnerpferd ich meine es war Odin tatsächlich haben wir ähm sind die halt ans Wasser gespült worden und da haben sie sich halt nackt an den Strand gelegt die Juna hatte gefragt warum sie nackt waren aber auf der anderen Seite wenn die Klamotten nass sind was willst du denn halt machen oh was führt denn dich zu uns runter Sid ich habe eine Frage Joshua und ich suchen einen Ort wo Schneeastern wachsen je mehr desto besser Schneeastern? aber ich glaube schon dass es zwischen denen auch ein bisschen mehr läuft ich weiß es aber nicht ich fände es cool wenn nicht ja auf der Mennhöhe zum Beispiel gibt es sicher welche ah oder in der Kaiserauer das Klima dort ist genau richtig es sei denn die Fäule hat es ruiniert verstehe danke und hast du etwas herausfinden können? die Gärtnerin hier rät uns zur Kaiserauer in Sandbreck ah die Felder hinter Nordstedt in dem Fall lag Jote wohl richtig mir ist eingefallen dass sie ein Reisetagebuch führt ich habe sie gefragt ob sie vielleicht Notizen zu Schneeastern hat und da hat sie die Euphächt bei erwähnt deren Küsten an die Aue grenzen dann mal los so dann wollen wir mal hier gucken wir mal also die beiden brauche ich und dann startet das DLC ich wette mit DJ Jill schließt sich dann uns an wie kann ich der Garnison heute dienlich sein? da müssen wir durch wir können ja mal ein Bordell vorbeischauen mal gucken wie es der Puffmutter geht du siehst durstig aus ich weiß was du jetzt so genug geredet lass uns doch in den Schleier gehen das würde ich gern aber der Herzog hat uns noch nicht bezahlt er hat sich gerade einen Lustknaben geholt eieieiei nee das ist die Isabel bist du nur zum reden hier oder ach anscheinend hat man mich zur Vertreterin der Einwohner Nordstedts gewählt das hätte ich nicht mal genug mit dem Schleier zu tun der Herzog hat zugestimmt aber es blieb ihm auch kaum eine Wahl die Leute haben ihre Meinung mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht wenn er gewusst hätte dass ein Versuch uns gegeneinander auszuspielen genau das Gegenteil bewirken würde hätte er wohl einen anderen Weg gewählt er hat uns unterschätzt aber um ehrlich zu sein könnte man das von sich könnte man das von uns selbst auch sagen Nordstedt kann nur so stark sein wie die Gesamtheit seiner Bürger und am stärksten sind wir wenn alle gemeinsam an einen Strang ziehen ja ja schön kurz und bündig wie immer den Sagen muss ich mir mal ein paar mal reinziehen muss hier raus diese Rüstung ist bestimmt schwer oder ich könnte dir helfen sie auszuziehen aha gehen wir mal hier die Sohn hat die Monster von den Mauern übertrieben von diesen blauäugigen Monstern habe ich schon lange keins mehr pass auf dich auf mach ich die eist auch nicht übel ach die ist auch nicht übel ja schon ganz süße dabei obwohl ich sagen muss die glaube ich hübschesten Modelle hatte ich bei Witcher 3 da hat sie aber auch relativ viele oh hallo Raptor oh ja so ein Raptor Steak alter Schwede doch können schon aber für 300 Meter ist immer meierlich die Aue ist riesig Jota hat die Küste erwähnt vielleicht da Schnee Astern sind die nicht weiß oh fuck Prinz des Todes oha nicht schon wieder nicht schon wieder jetzt aber jetzt aber so wenn der gelbe Balken runter ist ist er betäubt Au. Jerry hab ich nie gesehen. Wauw! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Zulanzer, dann ist er. Ja, das ist aber eigentlich ein Normal-Positor-Feld. Und auf der anderen Seite, ich meine, sieh mal Dingsbums, ne? Wie heißt es? Game of Thrones. Ist ja auch mehr ein Soft-Porn. Mit guter Story. Stufe erhöht. Geil. Gut, weiß ich. Angriff. Zwei Angriffe. Oh, das ist schwach. Dunkel. Langsam gehen die mir auf die Nerven. Ach, passt doch. Ich habe nicht mehr so viele Halttränke. Küstennäher. Wurde gesagt. Wurde gesagt. Ich finde es halt bei den ganzen Streaming-Serien tatsächlich gar nicht so schlecht, weil die dadurch ein wenig freier sind, wenn man mal ehrlich ist. Also wenig freier im Sinne von, ähm, in der, in der Freiheit, ne? Die können halt auch ruhig gerne mal ein bisschen nackte Haut zeigen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube da unten. Ja, die Blumen waren auch unsere Freunde. So, weg mit die Viecher. Oh, die sind schön. Was hast du, Torgal? Das ist Torgal. Wenn der Hund etwas... Ha. Wenn der Hund etwas spürt, ist... Ich hoffe sehr, dass das der Letzte ist. Alter. Das wird sich doch gleich zeigen. Was sagt mir jetzt tatsächlich die... Was sagt mir, Torgal, Torgal, Torgal. Bei mir geht es tatsächlich, also was heißt geht, also ich sollte eigentlich ursprünglich wegen meiner Kulitis einige Medikamente nehmen, aber ohne geht es mir tatsächlich wesentlich besser. Ich will ganz mal einfach so haben, mach so wie es dir am besten geht. Ich will die! Ich will die! Ich will die! Das war's. So. Diese verfickten Bäschen. Die schnuppe ich weg. Wie nix. Das war mehr Arbeit als gedacht. So, damit wird der Jill zeigen, dass sie noch zu uns Jungs gehört. Aber sieh nur. Äh, Gertruder war Wind. Titan war Stein. Phönix und Ignis Ifritz sind Feuer. Meinst du, Jill freut sich? Bahamut war Licht. Ganz sicher. Dann gab's auch den alten Mann. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das war Donner. Ich glaube, Odin war Dunkelheit. Und halt, Shiva war Eis. Das wäre also geschafft. Den Rest überlasse ich einfach dir. Aha. Äh, dir und dem Wetter. Auf das ihr diesmal von Gewittern verschont bleibt. So, sprich. Kehre ins Versteck zurück und sprich mit Jill. Und dann kann ich das DLC anfangen. Die kommt dann bestimmt wieder ins Team. Meine riesen Eier. Ja. Siehst du dann. Wie wär's mit einem Ausflug? Komm mit. Es geht nach Orifler. Entschuldigung. Kann aber auch jeden schönen Moment versauen. Es sind so viele. Das wolltest du mir also zeigen? Ich. Mir fehlen die Worte. Du musst auch nichts sagen. Dein Lächeln reicht mir. Wir haben uns Sorgen gemacht. Joshua und ich. Weißt du noch der Ausflug auf die Menhöhe? Oder der Versuch? Ja, das weiß ich noch. Du hattest mich weinen sehen und wolltest mich mit den Blumen wohl aufmuntern. Eingebracht hat es mir nur eine dicke Erkältung und eine Standpauke von deiner Mutter. Trotzdem war ich glücklicher denn je. Tut mir leid. An dem Tag lief nichts wie geplant, aber ich konnte dich nicht weinen sehen. Vor dem Ausritt hatte eine Kammerzofe belauscht, wie sich deine Mutter zu Hofe über mich ausgelassen hatte. Über mein Heiratspotenzial. Darüber, ob es profitabler wäre, mich in eines der hohen Häuser einzuheiraten oder mich für die herzogliche Linie aufzusparen. Nach meiner Meinung wurde nicht gefragt. Ich war ihnen egal. Eine Schachfigur. Ich fühlte mich einfach... ...so allein. Roger. Aber ich war nicht allein. Ich hatte dich. Deine Hand in meine, als wir in den Wald rannten. Und da wusste ich, egal was auch passiert, es wird alles gut. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wusstest du übrigens, dass ich am nächsten Morgen... ...doch auf dem Hügel war? Nein, wirklich? Ich habe mich heimlich davon geschlichen und bin einfach los. Und oben war da dieses Meer aus Blüten, die zur Sonne aufblickten. Und mir wurde klar... Das ist aber komisch jetzt. Dass die Sonne immer für sie da ist. Vielleicht nochmal die Software neu starten. Egal wie schwarz die Nacht war. Dass... Dass du... Dass du immer da bist. Für mich. Ich... Awww. Und... ...es immer warst. Immer und... ...immer wieder. Wo siehst du uns... ...wenn das hier... ...vorbei ist? Ich weiß nicht. Sicher nicht hier. Ich habe genug von Valistia. Nach allem, was wir erlebt haben... ...kommt mir hier alles so klein vor. Und ich brauche Freiraum. Ein Neuanfang. Dann... ...soll es so sein. Ich werde alles dafür tun, dass du ihn bekommst. Das war so offensichtlich. Clive, du alter Schürzenjäger. Flechten konnte ich nie gut. Aber für mich... ...ist das nicht schlecht. Ich konnte dich nie gut. Was? Moment. Für mich ist das ein Schatz. Ach, flechten. Ich dachte schon. Danke, Clive. Für das hier. Die Blumen. Für... ...für alles. Das war genau das, was ich brauchte. Du... ...bist mein Schatz. Awww. Schön. Ausziehen, ausziehen. Der Justin, der will Boobies sehen. Der ist chronisch untervögelt. Wir sollten wohl langsam zurück. Sonst werden wir noch vermisst. Stimmt. Es gibt noch viel zu tun. Ach, der Joshua hat den schon gesagt. Der... ...den wir es zusammen an. Der Clive fickt die Jill im Blumenbeet. Die werden... ...die werden nicht vermisst. Ah, für die YouTube... ...für die Leute, die es jemals auf YouTube sehen. Shivas Kuss. Der Winter kommt und bringt den Schnee. Bald sind vergessen Kummer und weh. Die Warte bald... Oh, das ist auch nicht schlecht. Verringert die Wartezeit für Diamantensturm. Ist gar nicht... ...gar nicht schlecht. Weil Diamantensturm ja... ...na. Beistand von Jill. Ein neuer Auftrag. Echos der Gefallenen. Jetzt geht's los. Jetzt laufen wir mit Jill und mit Dingsbums rum. Wird ja aber super. So, Clive und Jill. Clive! Was suchst du denn? So, ich suche erst mal. Du machst mich noch arm, mein Junge. Dafür bist du doch Händlerin, du Eule. Fertig? Seh mal an, du lebst ja noch. Oh, klar. Beschäftig dich irgendetwas, Karin. Ich mag die, Karin, einfach. Du scheinst... ...beumreicht. Was suchst du denn? Geld und Pitches, Alter. Ach, du ich das? Du beobachtest mich doch nicht etwa, oder? Aber... ...wo du schon fragst. Ja, es gibt da eine Sache, auf die ich mir einfach... ...keinen Reim machen kann. Ich glaube, es ist wohl einfacher, wenn ich ihn dir zeige. Hier. Eine Art Kristall. Allerdings ist mir einer in der Farbe bisher noch nicht begegnet. Und damit wären wir schon zwei. In all meinen Jahren, in diesem Geschäft, anständig und unanständig, habe ich so etwas wirklich noch nie gesehen. Anständig und unanständig? Sie heißen wohl Dämmerkristalle. Wegen der Farbe, denke ich. Verstehe. Ich habe früher schon so eine andere Blindenstelle gezogen. Das tun sie. Ganz genau wie die normalen, helleren Kristalle. Dummerweise halten sie nur nicht so lang. Zünde ein paar Mal deine Pfeife mit einem an und er zerbricht dir praktisch in der Hand. Deswegen habe ich auch von ihnen gehört. Ein paar Schmuggler haben sich beschwert, dass irgendwer den Markt mit minderwertiger Ware überschwemmt. Und nachdem ich den richtigen Leuten die richtigen Fragen gestellt und den richtigen Preis gezahlt hatte, natürlich, konnte ich endlich ein Exemplar auftreiben. Kein Wunder, dass du dir Sorgen machst. Was zum... Spürst du das auch, Clive? Holy shit. Ja. Okay, jetzt wird es interessant. Weil da ist so ein riesiger Drache, der dreimal so groß ist wie Titan. Er schildert ihre Periode. Oh. Der Haus Drachen ist am Wüten. Na gut, Jungs. Das reicht dann für heute. Ich sagte doch, das reicht für heute. Verstanden. Verstanden. Bringen wir die Dinger in die Stadt und füllen uns die Taschen und die Bäuche. Was habt ihr denn jetzt angestellt? Neuer Dominus? Das wäre cool. Haben wir noch eine andere Laterne? Bleibt ruhig, ihr beiden. Sehr blind. Es geht auch ohne, wir haben ja die hier. Äh. So viel Arbeit für einen einzigen Funken. Tja, wir vergreifen uns besser nicht weiter an unserer Ware. Das klang ganz schön nah, oder? Wirklich nah. Wirklich, wirklich nah. Hey, Jungs. Ich habe euch schon so oft gesagt. Das Glück findet ein jeder, der rennt. Warte auf uns! ICHIT! Echos of the Fallen. Alter, so eine riesige Kristallspinne. Das sieht eklig aus. Das klingt nach einem Drachen, einem sehr großen Drachen. Glaubst du, da besteht eine Verbindung? Naja, wirklich wär's, oder? Schließlich waren die Minen des Dominiums die letzte Quelle für frische Splitter in ganz Sturm. Weil ein gewisser Geächteter leider alle anderen Mutterkristalle kaputt gemacht hat. Und da die Preise für ordentliche Kristalle durch die Decke gegangen sind, bieten die Händler jetzt eben auch Ware an, die sich früher niemals verkauft hätte. Dann bleibt noch die Frage, wer die Kristalle auf den Markt gebracht hat und wo sie her... Moment. Diese Farbe? Sie stammen doch nicht etwa... von Ursprung, oder? Nein, das kann nicht sein. Ich hab dessen Entstehung ja mit eigenen Augen gesehen und das war lange nach unserer Rückkehr aus dem Dominium. Aber wenn die Splitter nicht von Ursprung oder einem der anderen Mutterkristalle kommen, dann heißt das ja... Dass ihr einen übersehen habt. Ja, das war jedenfalls auch mein Gedanke. Ein Mutterkristall, von dem wir bisher noch nichts wussten. Ich werde mit Joshua sprechen. Wenn du recht hast, müssen wir ihn finden. Und zwar schnell. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn ich den Splitter gleich rüber zu Harpo bringe. Er soll ihn sich mal ansehen. Vielleicht weiß er ja mehr darüber. Stimmt. Danke. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass du Jills Hilfe auch in Anspruch nehmen möchtest? Stimmt auch. Ja. Dann hol ich jetzt Joshua und wir treffen euch im Archiv. So. So. Wir müssen reden. Karon ist einer Sache auf die Spur gekommen, die wir uns näher ansehen sollten. Da brauche ich alle drei. Vielleicht sehen wir ja nochmal die Verwandlung von denen. Ich würde tatsächlich auch Dior mitnehmen. So ein Bahamut auf der Seite ist vielleicht gar nicht schlecht. Zumal die Ewigen in keinem ihrer jüngsten Berichte auch nur ein einziges Wort über diese Dämmerkristalle verloren haben. Also wusste der Orden auch nichts von ihnen. Vielleicht. Oder sie erachteten diese Kristalle schlicht nicht als wichtig genug, um mich damit zu behelligen. Fälschlicherweise würde ich sagen, denn ich bin geneigt, Karons Sorgen zu teilen. Dann folgen wir besser ihrem Rat und sprechen unverzüglich mit Harpo gratis. Auf ins Archiv also. Zusammen sollten wir doch in der Lage sein, ein wenig Licht in die Angelegenheit zu bringen. Hoffen wir es. Let's go! Let's go! Da seid ihr ja. Ich war so frei und habe den beiden schon alles erzählt, was ich weiß. Super. Danke, Karon. Kaum zu glauben, dass man mit so einem seltsamen Kristall überhaupt Magie zustande bringt. Und ihr denkt wirklich, dass er von einem Mutterkristall stammt? Einem, von dem wir bisher nichts wussten? Zumindest war das sonst immer der Fall. Warum sollte es bei diesen Dämmerkristallen anders sein? Nur, weil sie ein wenig dunkler sind. Wir wissen also, dass sie das erste Mal auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind, kurz nach dem Ultima Primogenesis beschworen und dabei den Himmel verdunkelt hat. Könnte da tatsächlich ein Zusammenhang bestehen, weil sie den Steuerfreibetrag erhöht haben? Vielleicht hat er im Zuge dessen auch einen neuen Mutterkristall erschaffen. Als Ersatz für jene, die wir zerstört haben. Ich sage es nur, was bleibt mit oder von übrig. Was meint ihr, Herr Pogates? Eine gewisse Verbindung halte ich für wahrscheinlich. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass Ultima auch die ursprünglichen Mutterkristalle erschaffen hat, welchen Nutzen sollte dann eine derart minderwertige Imitation für ihn haben? Nein, ich denke, diese Kristalle wurden nicht von Ultima, sondern von Menschenhand geschaffen. Um genau zu sein, von den Gefallenen, deren Ruinen immer noch in ganz Valistea verstreut sind. Die Legenden besagen, dass die Gefallenen die Götter herausforderten, um deren Macht für sich zu erlangen. Und dass sie ihr Ziel um ein Haar erreicht hätten. Es erscheint nur logisch, dass sie die Geheimnisse jener Kristalle ergründen wollten, mit denen die Götter sie einst gesegnet hatten. Damit sie ihre eigenen erschaffen können. Ganz recht. Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Legende der Sünden von Zemeckis mit der Zusammenkunft der Weisen beginnt. Ein Rat, der die letzten Geheimnisse der Götter entschlüsseln sollte, bevor die Menschheit auszog, um sie ihnen schlichtweg zu entreißen. Es ist durchaus möglich, dass die Entdeckung der Methode zur Erschaffung von Kristallen einer ihrer Erfolge war. Einer ihrer Erfolge, bevor sie fielen. In der Tat, jene Erleuchteten schufen auch mächtige Waffen, welche sie Esper Clusten nannten. Unser Name für die Esper leitet sich übrigens von eben diesem Wort ab. Schließlich hetzten die Gefallenen ihre furchterregenden Schöpfungen im Magitek-Krieg aufeinander. Ein sinnloser Konflikt, der die Sieger nur noch inniger daran glauben ließ, dass sie den Platz der Götter einnehmen sollten. Und als sie schlussendlich genau das versuchten, soll das daraus resultierende Ungleichgewicht des Äthers so gewaltig gewesen sein, dass der Himmel sich verdunkelte und förmlich zu brodeln begann. Das dürfte die erste schriftlich erwähnte Arke gewesen sein. Was uns zurück zu unseren Dämmerkristallen führt. Ich vermute, dass diese Splitter von einem lange Zeit inaktiven Magitek-Mutterkristall stammen. Eine ähnliche Störung der Ätherverhältnisse, wie sie während des Falls seiner Aschaffer aufgetreten ist, könnte ihn wiedererweckt haben. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir machen erst den Verkäufer ausfindig, dann den Ursprung seiner Ware. Karon, wo hast du diesen hier gekauft? Den habe ich in Portisolde entdeckt, als ich nach Vorräten gesucht habe. Seit die Kaiserlichen den Abgaben gemacht haben und ihre Abgaben geschichte sind, findet man im Hafen eine ganze Menge interessantes Zeug. Gut 600 Euro aufs Jahr, ist jetzt auch nicht unbedingt viel, ne? Dein Onkel hat da ein paar gute Männer gefunden, die wissen, wann sie genauer hinschauen müssen und wann nicht. Hört sich zwar auch mal gut an, 679 Euro für Steuerdingsbums. Aber... Wollen wir dann, Clive? Aufs Jahr hinaus gesehen? Ich komme auch mit. Sollte es wirklich noch ein Mutterkristall geben, werdet ihr unseren bisherigen Erfahrungen nach jede Hilfe gebrauchen können. Darauf hatte ich gehofft. Naja, das sind 50 Euro weniger im Monat. Auf ein neues. Alle zusammen. Das geht noch. Ob wir haben oder nicht haben, ne? Ich kann euch ja Bescheid geben. So, wollen wir mal da hin, na? Ah, das Quartett kann keiner aufhalten. Klappe zu und rennen! Verdammter Mist! Die sind vielleicht flink. Was geht denn hier vor sich? Ja, merkwürdig. Fragen wir nach. Ja, Marmor. Entschuldige, wer waren diese Männer eben? Elende Unruhestifter waren das. Als ich ihnen gesagt habe, dass wir ihr Gepäck kontrollieren müssen, sind sie ganz bleich geworden und haben die Beine in die Hand genommen. Natürlich bin ich ihnen sofort hinterhergerannt, aber ich habe sie nicht erwischt. Naja, wenigstens haben wir die Kerle jetzt nicht in der Stadt. Ich habe wirklich die Nase voll von Gesindel, das ständig nur Probleme macht. Und um was für eine Art von Problemen handelt es sich dabei genau? Hm? Macht ihr Witze? Den ganzen Ärger mit den Christ... ...Kristallen meine ich natürlich. Da gucke ich die Abbrüche noch ab. ...waren länger verreist. Was ist denn los? Na schön. Also. Die Kaiserlichen haben nicht gerade viele Kristalle dagelassen. Als die aufgebraucht waren, wurde hier auf einmal ganz offen mit Splittern gehandelt. Erst haben wir einfach weggeschaut. Befehl von Lord Byron. Der war nämlich der Meinung, dass wir den Leuten nicht auch noch das letzte bisschen Hoffnung nehmen sollten. Jedenfalls bis die Windeier aufgetaucht sind. Dämmerkristalle heißen sie. Hässliche Splitter, die schon zerbrochen sind, wenn man sie auch nur schräg angeguckt hat. Erst wussten die Leute natürlich nichts davon und haben Berge von den Dingern gekauft. Das war vielleicht ein Theater, als es rauskam. An dem Punkt musste Lord Byron einschreiten und hat den Handel mit den Kristallen hier in der Stadt verboten. Seitdem durchsuchen wir das Gepäck von jedem Händler, der durch unser Tor will. Aha. Und die Männer eben könnten diejenigen sein, die diese Dämmerkristalle verkaufen? Warum? Wollt ihr etwa welche? Ach egal. Gut möglich, dass hier es sind. Eigentlich würde ich sogar darauf wetten. Vielleicht können wir sie noch einholen. Ja, vielleicht. Die kriegen wir die. In dem Fall haltet ihr besser eure Waffen bereit. Heutzutage machen nicht nur verdächtige Händler die Straßen unsicher. Aber du wüsstest ja, wie wir sind. Wir werden aufpassen. Wir haben eine eisige Lady dabei. Einen heißen Phönix. Eine brennende Flamme. Und einen geilen Hund. Einen geilsten Hund ever. Also könnte jetzt unsere einzige Gelegenheit sein, sie zu fassen. Oh, fuck. Fascher. Ding Bloms. Ja gut, kann man machen. Äh, wir haben ja auch, äh, doch kann sie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wir haben die Kraft absorbiert. Wir haben die Kraft absorbiert. Weil Dior, der Bahamut, dem haben wir ja seine Kraft auch geraubt, weil wir die auch benutzen. Aber er kann sich noch verwandeln. Ich weiß nicht, ob du im Video das letzte Quest zugeguckt hast. In der letzten Quest. Das, was noch offen ist. Aber dort fliegen wir ja auf dem Rücken von Bahamut, von Dior. Wo sind sie? Wahrscheinlich schon weiter, oder nicht? Sie hatten ja reichlich Vorsprung. Zu diesem schwebenden Kristall. Also dementsprechend, wir haben ja auch die Kraft des Phönix. Und schon wieder eins. Und trotzdem kann sich Josh ja noch verwandeln. Aber ich glaub, dass die das schon können. Unsere Händler scheinen nicht hier zu sein. Ich glaub, Jill macht das nicht so häufig, weil es ihr gegen die Gesundheit geht. Ja, Josh macht das häufiger. Weil seine Gesundheit, glaub ich, darunter auch leidet. Aber... Dieses blöde Gewackel verscheucht uns noch die Kunden, verdammt! Was? Die, bei denen der Himmel nicht schon genug war, meinst du? Da. Vielleicht hat einer von den beiden etwas gesehen. Aber ich glaub, Josh verwandelt sich öfters. Entschuldigt. Weil er ja als Königseide wohnen ist und ihn gerade heilen kann. Oh ja, die hab ich gesehen. Arme Kerle. Wie meinst du das? Ein paar übel aussehende Gesellen waren ihnen auf den Fersen. Die haben die Dreinern eingeholt und überfallen. Kristalle oder Leben haben sie gebrüllt und so. Aber diese Volltrottel sind doch glatt mit ihren Kristallen weggerannt. In welche Richtung, wenn man fragen darf? Da lang sind sie. Habe ich schon fast gedacht, dass da irgendwas ist. Richtung Old Hill Docks. Wenn sie glauben, dort finden sie Hilfe, haben sie sich getäuscht. Aber vielleicht finden sie dort ein Versteck. Hoffen wir es. Und dass wir sie finden, bevor ihre Verfolger es tun. Vielen Dank. Und bitte, seid vorsichtig auf eurer Weiterreise. Das ist auch so eine komische Sache. Ganz schnell weiter. Ich verstehe, warum du das denkst. Weil wir haben bei der Gertruda haben wir das hier auch gemacht. Also er konnte sich verwandeln, obwohl wir die Dingsbums haben. Hier von Oh, wie heißt der denn? Rambu? Bei der hier Garuda war das nicht der Fall. Da haben wir gesagt, wir haben ihr die Domini genommen. Vielleicht ist es ja eine Entscheidung, die wir machen können. Weiß ich nicht. Joshua kann sich noch verwandeln, obwohl wir den Phönix drin haben. Den haben wir getötet. Den Odin. Das könnte Das könnte Das ist schon Sieht schon geil aus, aber irgendwie Weiß nicht. Der kann sich ja auch noch verwandeln. Vielleicht können wir das entscheiden, ob wir den Leuten die Domini nehmen oder nicht. Das kann sein, weil bei Titan hat es ja geklappt. Oh, Gias. Keine Fehler. Aber ich glaube, Jill hat uns ihre Domini freiwillig gegeben. Da war ja was. Kann sein, dass das anders ist. Oder die Kraft. Ich weiß es nicht. Aber die kann noch ihre Fähigkeiten einbauen. Alter, Staschua und Jill hauen rein. Ich würde gerne wissen, was wir mit Torgal machen können. Hört den Angriffswert um sieben. Hört die Verteidigung um dreißig. Ja, ich will es eigentlich Schade, dass wir keine einzelnen Dingsbums ballern können. Vorwärts! Stellt alles auf den Kopf, wenn es sein muss! Sie sind hier irgendwo! Wir sind wohl noch nicht zu spät. Finden wir die drei. Ihr seid wohl irgendwo falsch abgebogen. Du an mich! Oho! Hat laut Rossfield uns etwa seine Säge nachgeschmissen. Nicht hier, um uns die Zeit mit Wegelagerern zu vertreiben. Du hast recht. Konzentrieren wir uns auf unsere Händler. Wo könnten sie sein? Hey! Wir haben Besuch! Da ist Teil der Herr und zwar am Frack! Wo könnten die sein? Wo könnten diese Kackele... Da zur Hölle seid ihr denn? Ich krieg das Schwert. Mutig, mutig! Und den Rest! Alter, die Jill! Hey! Hey rüber! Alter Josh, was war das denn? Wo könnten die sich versteckt haben? Lol. Voll wie random. Ich... Ich glaube nicht, dass ich... noch weiter kann. Ich auch nicht. Na gut. Ich glaube, wir sind weit genug gerannt. Äh... Familie, da sind sie! Ist es jetzt wirklich schon zu viel verlangt, in Ruhe zu Atem kommen zu wollen? Und genau wie eure Räuberfreunde kriegt ihr nicht einen Splitter, verdammt! Also steckt ihr dein dummes Schwert doch sonst wohin? Immer gern, aber ihr... hört euch gewaltig. Hier lang! Einen Angstschiss riech ich doch zehn Meilen gegen den Wind! Einen Angstschiss! Angstschiss riecht meine Gegenwind! Ja, ja! Jetzt auf einmal! Du hast gesagt, ihr seid am Kristallhandel interessiert? Nein, nicht ganz. Genauer gesagt, wollten wir darüber mit euch reden. Ach so ist das. Na, dann kann ich weiterhelfen. Sucht ihr vielleicht den Splitter-Krämer? Kommt und holt ihn! Bist du wahnsinnig? Da sind sie ja! Oh, komm schon. Guter Mann, ihr irrt euch gewaltig. Wir sind keine Kaufmänner. Er ist der, den ihr wollt. Seht doch, was er in der Hand hält. Was? Der? Wartet, der ich bin. Sagt ruhig Bescheid, falls sie mal wieder Hilfe braucht. Die kommen nicht weit, Kleif. Nein. Und das werden sie noch bereuen. Ich zerleg dich wie ein Schwein und verfütter dich an deinen rödigen Küttern. Nicht, dass du an ihm denkst. Okay, das ist lustig. Das war's. Nicht, dass du an ihn denkst. Okay, das war auch lustig. Das muss man bestimmen. Auch wenn Torgant sich von denen nicht füttern lässt, aber es war lustig. Ich hack dich ein Stück und verfütter dich an deinen rödigen Kötter. In welche Richtung sind sie geflohen? Nein, haben wir doch gesehen. Zum Drillingsschilf wahrscheinlich. Diese Kacklappen, wirklich? Da hast du doch nur fünf. Schnell. Wenn sie die Sümpfe erreichen, finden wir ihre Spur nie wieder. Kann der Torgal nicht irgendwas machen? Wir haben mal mit dem gesprochen. Das ist doch ein Hund. Irgendetwas kam mir an den drei seltsamen vor. Die Händler haben sie nicht gewirkt. eher wie Scharlatane. Naja, manch einer würde sagen, dass zwischen den beiden kein Unterschied besteht. Sehr witzig, Joshua. Alter, übel. Kinderbühne, die ich erst mal. super. Alter, ist das Vieh hässlich. lebendig geworden, der Schiss. vertier. Alter. 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 D Ovvr. Daneben. D Ovvr. Was hab ich gemacht? Ja, natürlich. Bitte mehr da vorne. Alter Schwede, hier ist es. Hier muss ich ja was mal aufräumen. Ist ja schlimm hier. Als ob ich und still. Oh, der ist gut. Vor allem mit dem Heilen. Oh, der ist gut. 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 Essen. Das kann sein. Dämmerkristalle. Clive, so wie der Boden aussieht, sind sicher mehr als nur unsere drei Scharlatane hier vorbeigekommen. Etwa noch mehr Banditen? Die würden wohl kaum Kristalle hier liegen lassen. Egal. Wir sind auf dem richtigen Weg. Weiter. Ich werde sie mit jedem müssen da hinten hin. Da. Ja. 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 Ah, die Chocobus zu töten ist eigentlich schade. Ich hab sie halt leider da mit reingezogen. Ich glaube nicht, dass sie zu Marthas Rast gegangen sind. Habt ihr ein Bild auf DC geschickt? Kannst ja später mal reinschauen. Ich kann generell jetzt reinschauen. Ist doch kein Problem. Ja, das ist durchaus wahr. Da hinten sind sie. Jungs, ich glaube, jetzt haben wir sie endlich abgeheckt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hey, Jungs. Was? Beharrlich sind sie. Das muss man ihnen lassen. Freunde, ich wusste, ihr werdet mit diesen Sträuchen fertig. Aber natürlich. Weil du weißt, wozu wir imstande sind. Nicht wahr? So. Ihr verkauft Kristalle. Dämmerkristalle. Und wir wollen wissen, wo ihr sie her habt. Also sagt ihr es uns. Nur einmal angenommen, wir sind die Händler, die ihr drei sucht. Wieso sollten wir euch verraten, woher unsere Ware ist? Welcher Hirte führt einen Wolf direkt... Nein! Werden sie stärker. Clive, der Turm! Das... ist ungewöhnlich. Eher unmöglich. Eher unmöglich. Hey, ähm... Was ist, wenn noch jemand in den Turm... Ruhe, du Knallkopf! Und was würde dieser jemand dort finden? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie dort. Echos vielleicht? Oder gefallenen Krempel? Da bin ich überfragt. Das Tor ist verriegelt. Wirklich. Kein Zugang. Und woher weißt du das? Wenn du nie dort warst? Ich... äh... Da! Hinter dir! Eine akasische Bestie! Glaubst du wirklich, ich würde auf diese billige Masche reinfallen? Clive, Vorsicht! Was? Oh... Fuck! Ja, Marta müssen wir helfen. Der Antomag... Ich kann mir vorstellen, wo sie hinfallen. Das dürften wir gleich haben. Und du lass schon Line. Du hast du nicht geschafft. Du hast du nicht. Und du hast dich, hier ist des Sicherheitsurs. Du hast du nicht! Hey, ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Du kannst du nicht. Aber du kannst den Tuten. Alter. auf jeden fall josh danke so weg mir die fiecher noch kurz pipi machen wie immer zum denkbar schlechtesten zeitpunkt zumindest wissen wir nun was die drei verfolgt hat jetzt haben wir sie schon zweimal gerettet das ist scheiße so bis gleich so bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, erst jammerst du, weil es dir zu dunkel ist. Jetzt ist es dir auf einmal zu hell. Dabei macht es uns die ganze Arbeit doch viel einfacher. Frage, willst du da wirklich rein? Ah, ich muss hier mal ein bisschen umordnen. Ich brauche mal Platz auf dem Schreibtisch. Ich will mal meine Käsefüße mal hochhalten. Aber wir müssen linksbauten. Aber wir müssen linksbauten liegen. Bist du sicher, bist du sicher, dass sie zum Turm wollen? Vielleicht wohnen sie sogar darin, wie wir in der Invincible. Er ist auf jeden Fall groß genug, um drei Händler zu verbergen. Aber ob er auch groß genug ist für das, was wir suchen? Einen Mutterkristall. Und was auch immer es ist. Und was auch immer es ist. Und was auch immer es ist, es wurde aus gutem Grund so lange nicht entdeckt. Der Turm steht auf einem schmalen Felsgrat. Kaum jemand hatte je einen Grund, dort herumzuklettern. Selbst bevor die Fäule alles verschlungen hat. Ah, super. Kann ich schnell hinreißen. Ich könnte auch in den Dämmerwald reißen. Es wird sogar noch länger sein. Das denn, bei dir weiß ich es ja tatsächlich. Meine nächste Frage ist, wie stehen denn die anderen? Zu, äh, Dingsbums. Wir hatten ja keine Ahnung, was es bedeutet, Frau. Zu Hogwarts Legacy. Da muss ich nämlich auch nochmal wieder weiterspielen. Also Lust hätte ich zumindest. Und doch, was erinnert mich mal dran, wenn ich mich umziehe. Und wir meine ersten Streams in meiner neuen Wohnung machen. So ab März, April. Hoffe ich. Wenn ich mir dann ordentlichen Fernseher kaufe. Dann kann ich mir auch mal ordentliche Spiele spielen. Also, ob wir schön groß sehen. Nicht nur auf 27 Zoll PC-Monitoren. Richtig schön. 60 Zoller. Sind das? 120 Hertz. Goblins? Was machen die denn im toten Land? Sieh mal, was sie in den Händen halten. Ich hab noch nie von Goblins gehört, die Relikte der Gefallenen als Waffen benutzen. Willkommensgeschenke sind es jedenfalls nicht. Clive, denk daran, wo wir sind. Ach ja, keine Magie. Aus der Nähe sehen sie noch schlimmer aus. Wie, keine Magie. Kommst du zurecht? Es geht schon. Äh, warum? Äh, das verstehe ich nicht. Warum keine Magie? Ich mein, ich find's mal interessant, aber... Was passiert, wenn ich mir jetzt hier... ...mit Magie komme? Das sieht aus wie mein Arsch. Nein. Nein. Ey. Es ist ein Eingang. Der Eingang war schon offen. Da hat es jemand eilig. Drei mal dürft ihr raten, wer. Ich glaub, ich kann's nicht. Ich konnt's nicht. Also, ich hab's probiert. Ja, aber... Gehen wir rein und finden es raus. Das Spiel hat es nicht zu mir lassen. Also, ich konnte nicht mit Magie schießen. Ich konnte keine Skills einsetzen. Da war ich doch schon, oder? Der Weisenturm. Kaiserliche Provinz Rosaria. Okay, das sieht schon cool aus. Irgendjemand muss diese Ruine geweckt haben. Fragt sich nur... Wer? Ich weiß jedenfalls, wer es nicht war. Unautorisierte Organismen erfasst. Hier ist jemand. Initialisiere Sicherheitsüberprüfung. Verteidigungsmaßnahmen werden eingeleitet. Ich glaube, das war nicht jemand, Clive. Ich glaube, das war der Turm. Das sollte sich nicht menschlich sein. Erfreut scheint er nicht zu sein. Bleiben wir wachsam. Schon geil. Sieht schon geil aus. Könnte ich hier runterspringen? Nein, schade. Alter, Später. Achtung, Einbringlinge. Achtung, Einbringlinge. Ich glaube, ich kann wieder Magie benutzen. Und ihr? Ich auch. Also gibt es hier Äther. Und zwar reichlich. Ah, wir können Magie also nur einsetzen, wenn es Äther gibt. Weil wir Träger sind. Und der Leere, die wurde ja vom Äther verpflichtet. Der Äther jetzt ist oben. Deswegen ist ja die Leere. Das jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird tatsächlich ein ganzer Schuh draus. Stimmt, die Mutter alle entzieht der Umgebung Äther, weswegen sich die Leere verbreitet, sozusagen. Die Menschen verbrauchen diesen Äther. Und dann kann nichts anderes mehr wachsen. Und der Leere gibt es ja nichts. Alter, Josh, was war das denn? Das war ein krasser Phönix. Wird an Soldatenfunger... Erhöht den Angriffswert um 12. Hä? Ah, Rechtsausweichsbeere. Reduziert beim perfekten Ausweichen die Abklingzeit von Esper-Fähigkeiten und regeneriert ein Geringteil der Leere... Oh. Das ist gar nicht schlecht. Shivas Kuss ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh, 7,5 Sekunden. Das ist mir, glaube ich, wesentlich mehr wert. Dämonen-Scherpe. Oh, die ist echt schlecht. Herdfeuer. Wirken die Magie Herdfeuer, um mehrere magische Kugeln zu beschwören. Ne, 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 Schützung, geil. Schaden verursachen. Gegner, die unter dem Schutzfeuerung erkennst du mit dem... Ja, über ihnen die Kugel können... Die Kugeln können durch Angriffe aufgelöst werden. Doch Vorsicht, bei Nahkampfangriffen fügen sie gleich Schaden zu. Okay. Noch mehr Goblins. Jetzt wissen wir, woher sie ihre Waffen haben. Wir haben eine lebende Jäger schon. Ich bin gerade so ein bisschen perplex wegen dem DLC. Ich rieche es gerade, tatsächlich. Von daher bin ich mal ein bisschen schriller. Alter Schwede, du Lappen. Alter, ich tue bei 80 Kugeln. Ich tue direkt noch. Alter Schwede, die halten mit einiges aus. Alter Schwede, die halten mit einiges aus. Alter Schwede. Es fängt langsam an, interessant zu werden. Oder wie seht ihr das? Also die 24 Euro haben sich gelohnt. Bis jetzt. Also klar, es ist jetzt ein Teil von zwei, die er sich ja vielleicht in Season Pass gekauft. Die Stimme kenne ich. Los kommt. Aber die Musik ist so geil. Ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn ihr froh seid, dass ich mir das DLC noch gekauft habe. Oha. Na, wen haben wir denn da? Das ist der Justin in 20 Jahren. Äh, in 120. Was zur Hölle redet die Stimme der Joshua? Das Glück, Jungs. Das Glück. Das ist so langsam. Wollte ich schon sagen. Einen von denen können wir auch schon treffen. Es war so klar. Achso, ich dachte, das wäre der Josh. Helft eurem Freund und macht, dass ihr wegkommt. Na los. Komm her. Es gibt doch zum Maul. Du Schwanzmardel. Und jetzt, wo sie weg sind, kümmern wir uns um den. Alter. Stimmt. Du bist keinem Feuer. Aber dann muss ich mir nicht so. Na. Du hast mich wiedergebrützt. Geh! Fuck my life! Alter, der ist blinker, Boy! Alter, du Huren! Fuck! Alter, wir sollen schwitzen! Es wär der Licht! Erwachen! Schieber! Alter, Joshua, du Limmel! Es kontrolliert den Hater! Gut gemacht, Torgay! Vorsicht! Erwachen! Aja 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 Au. Fick doch mein Leben! Alter! Boah! Au! Au! Ich brauche die Mega-Flare auf maximale... Au! 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 Alter, der frisst übel! Ausweichen, ja mach ich doch! ... ... ... ... ... ... Es kontrolliert den Enten. Vorsicht! Oh. anach Danke. Alter Schwede. Boah, leck mich doch. Ich schwitze. Ich hoffe, ihr schwitzt genauso wie ich. Oh, nach Dara. Yay. Ist es wie vermutet? Ist das der Kern eines Mutterkristalls? Lol. Alter, die Knall. Ich wusste, dieses Ungetüm ist euch nicht gewachsen. Wir wollen uns für vorhin entschuldigen. Das war ein Fehler. Aber alles nur ein Missverständnis. Also vergessen wir es einfach? Ne, also ein Roten wird hiermit ist es abschneiden. Ein Roten muss nur die abschneiden. Und von euch werden wir sie bekommen. Dann geh ich mal davon aus, dass ihr mehr über den Turm wissen wollt. Wie ihr euch wohl dachtet, sind wir nicht zum ersten Mal hier drin. Genauer gesagt kommt mein Volk schon seit Jahrhunderten hierher. Ach wirklich? Zu dieser Ruine im Besonderen? Ja, weil sie mit uns redet. Hat uns erklärt, was ihr Zweck war. Und was war ihr Zweck? Also, ob du es glaubst oder nicht, die Gefallenen wollten hier doch tatsächlich selbst einen Mutterkristall herstellen. Aber obwohl wir seit Jahren danach suchen, haben wir nichts als Splitter gefunden. Dann hatte Harpo gratis recht. Es scheint, dass die Gefallenen tatsächlich die göttliche Fähigkeit zur Erschaffung von Kristallen erlangten. Das würde ich nicht sagen. Die Splitter sind nicht gerade göttlich. Eigentlich sind sie sogar kaum brauchbar. Aber sie sind besser als nichts. Und nichts war alles, was wir hatten, bevor wir sie gefunden haben. Seitdem kommen wir regelmäßig her. Aber diese dunklen Kristalle gibt es erst seit kurzem auf dem Schwarzmarkt. Warum habt ihr angefangen, sie zu verkaufen? Ganz einfach. Als es dunkel wurde, fingen die Kristalle an nachzuwachsen. Wir konnten sie nicht schnell genug wegtragen. Und weil die Mütter zerstört sind und alles gekauft wird, was auch nur einen Funken zustande bringt, haben die Leute sie uns aus den Händen gerissen. Ja. Doch die Kosten tragen wir alle. Machen wir uns nichts vor, diese Kristalle und die Splitter von echten Mutterkristallen unterscheiden sich im Grunde kaum. Das geht so nicht weiter. Nein. Du hast recht. Zwar ist all das sicher nicht Teil von Ultimas Plänen, doch zweifellos zieht er aus diesen Kristallen einen Nutzen. Dann sollten wir nicht zögern. Tun wir, was wir tun müssen. Was? Ihr habt doch nicht etwa vor, das zu tun, was ich denke, dass ihr vorhabt, oder? Doch. Ich würde sagen, das ist sehr wahrscheinlich. Aber, was ist mit, mit den Monstern hier drin? Dieses Ding von eben wird bestimmt nicht das einzige sein und je weiter ihr kommt, umso stärker sind sie. Wie wär's, wenn wir alle zurück zu Martha gehen, bevor sich jemand verletzt, ja? Das klingt sehr vernünftig. Ihr solltet jetzt zurückgehen, bevor sich jemand verletzt. auf jeden Fall. Gucken wir mal. was die Gefallenen in all das hier gebaut haben. Wie viel Wissen dafür nötig war. Welches nun alles verloren ist. Achso, ja, ich dachte, ich muss da lang. also ich hab so viel HP für diese Scheiße verloren. Warte mal, von dir kam ich, ne? Ja. Gut. Also geht's hier nur einmal rund. Ah, die Musik ist cool. Wenn diese Ruine wie alle anderen der Gefallenen ist, dann gibt es hier einen Aufzug. Auf zu neuen Höhen. Das sieht schon geil aus. Sieht schon echt geil aus. Also designmäßig. wird gespeichert, aber ich brauch tatsächlich noch Haltdreck und so ein Kram. Was macht denn eigentlich das Elixier? Ja. Ja, okay, das ist tatsächlich nicht schlecht. Final Elixier. Lol. Toll. Interessant. Ich werde mich interessieren, ob das hier wirklich von der Capture Card kommen, die Soundprobleme, oder ob das wirklich bei der Playstation ist, weil nicht alle Spiele haben das. Ich werde mich interessieren, kleine phoenix wie viele davon gibt es denn hier fremdkörper erfasst setze vorhanden eifer bis eczelon frei sie sind doch im leben dieser traum ist 1500 jahre alt ja 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 Wenn man diesen Ort gebaut hat, um Kristalle zu erschaffen, warum wurden dann auch Bestien hier eingesperrt? Wollten die hier vielleicht Dominies bauen? Die Tür sind gut. Die Frage ist, wo will ich lang? Achso, ja, hier gibt es nur einen Weg. Alter Schwede. Schon echt Hammer. Oh, es wäre cool, wenn man hier einen neuen Dominik kriegen könnte. Okay, hier sind ja Flugbestien. Ein paar gleiche Charaktermodelle. Seht mal, das hier leuchtet genau wie die Türen. Eingefrorene Todesblüten, okay, das kenne ich. Forschungsprotokoll. Eintrag 680925. Nitrogenreaktorexperiment erfolgreich. 23 Einheiten Kristall der Stufe 3C hergestellt. Ab sofort werden alle Keime aus anorganischem Material durch laborgefertigte organische Varianten ersetzt. Organische Varianten? Ja, die haben Lebewesen genommen und Kristalle draus erschaffen. Also andersrum. Interessant. Ab sofort werden alle Keime aus. Schnee und Eis. Das wäre wirklich tatsächlich mal interessant, wenn es mal wirklich anders da wäre. Hier so ein Jaguar. Hier so ein Wyvern oder so. So ein Halbbrache, so ein kleines. Okay, ich bin gerade echt gespannt. Am Anfang habe ich mich echt so geweigert, das Spiel richtig durchzuziehen. Die Ähnliches der Bestien hier sind wohl seit 1000 Jahren nicht mehr in Balistäa gesehen worden. Na dann, auch 1000 weitere. Die Ähnliches der Bestien hier sind wohl seit 1000 Jahren nicht mehr in Balistäa gesehen. Die Ährengriffe sind einfach echt geil. Ah, die Jill hat auch Spaß. Das ist doch schön. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber wohl doch nicht! So ein eleganter König, so ein eleganter König will auch nicht gleich, nur so ein Pegafon. Jawoll! Ich krieg aber gut Halttränke. Schade, dass ich keine Supertränke krieg. Aber ich bin von der Kulisse hier sehr angetan. Ich muss noch mal gucken. Ich trinke halt viel. Genug. Ich bin von der Kulisse hier. 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 Umgewandelt wird und regeneriert, kontinuiert. Hä? Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck my life. Leck mich doch! Okay, der Schwert ist geil. Ich werde jedes einpacken. Ich werde nicht. Ich bin von der Kulisse hier. Ich bin vom Kulisse. Oh. Ich habe halt die Sphäre abgelegt, die bei meiner Verteidigung erhöht. Ich hatte vorhin eine Sphäre drin, die mir mehr Leben wieder gibt. Also meine Verteidigung um 30 Punkte erhöht, die habe ich jetzt halt runtergehauen. Also meine Verteidigung um 30 Punkte erhöht. Also meine Verteidigung um 30 Punkte erhöht. Also meine Verteidigung um 30 Punkte erhöht. Boah, 5000 EPR, das ist schon eine Menge. Bombardiersphäre, what the heck? Willenskraftschaden der meisten Luftangriffe. Ja, brauche ich nicht. Boah, dankeschön. Da wären es schon zwei. Ja, aber von wie vielen? Das dürfte davon abhängen, wie sehr sie ihr Werk hier geheim halten wollten. Die Verteidigung gefällt mir ganz gut. GG. Also meine Chaco-Plays waren gar nicht schlecht, als ich besoffen war letzte Woche. Weil letzte Woche Freitag habe ich in zwei angefangen, das Stream zu starten und ich war so besoffen. Und habe League of Legends gespielt. Chaco, einen der relativ schwereren Charaktere. Alter Schwede. Da geht's weiter. Da geht's nicht oder noch nicht weiter. Als ob ich da nicht drüber springen könnte. Komm schon. Da sind meine zwei Eier, äh, da sind meine zwei Eier auf die Erde geschlagen, deswegen sieht es so kraterig aus. Aber es sieht wirklich krass aus. Von hier oben habe ich den Wald noch nie gesehen. Ein krasser Krater. Alter, leck mich am Arsch. Also Final Fantasy 16 hat mich megamäßig schon überrascht. Ich muss sie vergessen. Ich muss sie vergessen. Ja. Jaa. Jaa. Ah, das ist ja Josh. Alter Schwede, ich krieg hier richtig gut EP und die Kämpfe machen auch tatsächlich Spaß. Armreif der Gefallenen. 20 weniger Lebenspunkte, aber dafür 6 mehr Verteidigung. Krass. Krass. Schon geil, dass man hier mal ein bisschen die Weltkarte sieht. Fuck. Holy shit. Okay. Oh, shit. Da sieht man die Fäule oder ist es eher so ein anderes Gebiet? Alter Schwede. Bis hat was. Anomalie in Luftschiffhalle registriert. Mobilisiere Eggis Einheiten. Wir werden beobachtet. Dann zeigen wir doch mal, was wir so drauf haben. Alter. Einen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ist gerade einer von den Geheilen? Oh. Ah, das ist ja, ich werde gleich da. Heiltrank? Super. Aber ich hätte gerne einen Superheiltrank tatsächlich. Normalerweise müsste ich warten, bis meine Sachen jetzt alle aufgeladen sind. Transferiere Wachprototyp AM2 zum westlichen Stase-Speicher. Alter Schwede. Wollen wir hoffen, dass die Kristalle auf seinem Kopf genauso nutzlos sind wie alle anderen hier? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich liebe Reader. Ich habe gerade meine Zwirbel gefahren. Lappenlöch. Ich glaube nicht. Alter Schwede. So. Ich mache halt Null Damage, ne? Dieser kleine Suppen-Kaspar. Oh. Ich bin der Wettbewerb. So, jetzt machen wir den noch. Den hauen wir jetzt noch raus. Die . 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 Das war's für heute. Ja, klar. Alter, der hat es aber auch voll übertrieben, ey. Ich finde den hat sich geil, aber ich glaube, den ist nicht so geil. Ja, klar. Fuck. 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 Das Schwert ist cool. Die Angriffssphäre? Erhöht die Rate, mit welcher der Schads multipliziert. Da frage ich nicht. Ach so, ja, das mache ich ja nur, wenn Gegner in den ersten Meter das auf. Schade, ich dachte, ich könnte es jetzt schon aufladen. Alter Schwede. Schon gut, ist auch extrem spannend zu schauen. Was ist das? Ja, 8.000, jetzt geht es aber rund hier. Also ein Heiltrank hätte ich immer gerne als Minus, dass ich immer, wenn ich mal einen kriege. Hat der Ton das auch geschaffen? Oder ist es eine Art Befall? Ich bin nicht sicher, aber kommt es dir nicht auch irgendwie bekannt vor? Am Phönix, so, oder? Äh. Ich warte noch ein bisschen. Entschuldigung. Aber solche Gegner hast du, so größere Gegner hast du in Hogwarts Legacy tatsächlich auch. Alter. Er ist sauer. Alter Schwede. Das tut gut. Ja, komm her, du. Löffelt dich doch zwei Beinen. Alter. Alter Schwede. Ja! 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 Ah! Alter, leck mir doch die potze Wund, ey. Ja, darf ich auch mal ausweichen? Danke. Ja, darf ich auch mal ausweichen. Ich bin relativ froh, dass wir noch sehr viel Wingsrecht gemacht haben. Boah, was ist denn der Dreck-Sau? Wie nur so? Oh, das ist... Es gab gut Geld, ja, aber... Rettungssphäre? Verbesser die beim Limitrausch aktivierten Kampfvorteile gehört. Währenddessen nehmen wir draus die... 200% Lebensherstellung, Erholungssphäre. Dankeschön. Alter, die sind echt nicht trübel. Eigentlich müsste ich mal eine Pause machen. Initialisiere Notfall unter Programme. Reaktorenergie wird umgeleitet. Man scheint uns gebührend empfangen zu wollen. Oh, da ist noch eines von diesen Geräten. Müssen wir das aktivieren? Ich mach's einfach mal. Ich mach's einfach mal. Forschungsprotokoll, Eintrag 7,5, 0,5, 0,1. Durchschnittliche Verbesserung von Kristallwiderstandsfähigkeit um 492%, wenn biologischer Kern hohe Interkongruenz aufweist. Varianten mit einer Kongruenzarte von 7 oder weniger, werden für militärische Weiterverwertung nach Ebene B verlagert. Verschwindet wurde hier anscheinend nichts. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, kommt schon. Also es wurde zu dem GNC gesagt, dass es zwar kurz sein soll, angeblich, aber dafür intensiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Wenn all das hier noch nicht das Werk der Gefallenen ist, dann waren sie ihrer Gottwerdung näher, als wir uns jemals vorgestellt haben. Kein Wunder, dass Ultima sie vernichtet hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde sowas besser, lieber nicht so lang und nicht so groß, dafür intensiver. Als zum Beispiel, ähm, lang und leer. Und überall mal so ein bisschen... Die Musik macht auch gerade richtig Bock. Die Musik macht auch gerade richtig gut. 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 Wieder so ein Omikron. Alter, der Phönix, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sekundäre und Tertiäre Verteidigung besprochen. Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot. Wir nähern uns wohl dem Kern. So, ich bin mal beim Nachbarn ein paar Drinks geliehen, vielleicht bis später. Ja, mal gucken. Viel Spaß. Aber ich werde jetzt hier nicht aufhören. So gern ich dich hab, aber... Alter Schwede. Und die Jona verpasst das Ganze hier. Da. Das ist unsere Chance. I, alter Schwede. Justin, bist du wenigstens auch bei uns? Okay, das sieht so geil aus. Unautorisierter Zugang registriert. Primäre Kernverteidigung aktiviert. Initialisiere Esper-Verteidigungssystem Omega-1. Was ist ein Esper-Verteidigungssystem? Ich fürchte, das finden wir gleich heraus. Und die Antwort wird uns nicht gefallen. Oh, jetzt kommt... Justin, jetzt kommt eine Verwandlung. Künstlich hergestellte Esper. Körnumlagerung abgeschlossen. Autorisiere Fremdkörpervernichtungsprotokoll. Wenigstens ist die Verfolgungsjagd jetzt vorbei. Ja. Und wenn wir ihn wollen. Wenn wir ihn wollen... Müssen wir nur eine Esper töten. Sicherheitsprogramme deaktiviert. Waffen entsichert. Zurückbleiben. Ja. Ja. inhib�도 partnerships. Das ist nicht 강alt. Alter, willst du mich verarschen? 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 Ist es vorbei? Bitte lass es vorbei sein! Never, die hat noch nicht genug. Datenanalyse abgeschlossen. Gefahrtenstufe wird neu berechnet. Waffenprogramme autorisiert. Leite Kernenergie um zu Omega 1. Noch nicht. Wie kommst du nur darauf? Älter Torgal. Der hat Bock. Ich bin so froh, diesen Scheiß aufgenommen zu haben. Oder aufzunehmen. Schon gut. Ihr habt ja recht. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh.. Ah! Rek! Rek! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gern. Wartet! Warum? Ich sagte doch, ihr solltet von hier verschwinden. Während du uns alle ruinierst? Ich... Ich kann das nicht zulassen. Wir brauchen diese Kristalle. Sonst haben wir doch nichts. Wer genau ist denn wir? Wir sind ein sehr alter Stamm. Einer der ersten, dem die Fäule das Land raubte. Unzählige Jahre sind wir in Valistea herumgeirrt. Jahre ohne Mutterkristall, ohne Segen und ohne Hoffnung. Also mussten wir einen finden. Die Dämmerkristalle sind unsere einzige Möglichkeit zu überleben. Ja, aber zu welchem Preis? Wie alle Kristalle brauchen auch diese Äther. Und wisst ihr, wo der Äther herkommt? Aus der Erde, geplündert. Ohne einen Gedanken an die Folgen. Ach ja? Und das sollen wir dir jetzt einfach abkaufen? Nein. Doch wäre es euch wirklich lieber, wenn wir nichts tun? Wenn dieser Kern den anderen ähnelt, dann wird er Valistea seine Lebenskraft nehmen. Bis nichts übrig ist, außer Asche. Denk doch mal nach. Wieso hat dein Volk seine Heimat überhaupt verloren? Wir versuchen zu verhindern, dass es nochmal passiert. Und das ist der einzige Weg. Dann bist... Du, Sid! Du weißt, was nach dem Fall von Drachenkopf passiert ist. Und wenn die Kaiserlichen herausfinden, und das werden sie, dass es hier noch einen Kristall gibt, was glaubst du wird dann passieren? Die Not deines Volkes wird sie nicht kümmern. Verdammt! Sieht aus, als hätten wir kaum meine Wahl. Aber ich dachte, du glaubst ihm nicht. Tue ich nicht. Aber in einem hat er recht. Dieser Ort wird nicht mehr lange ein Geheimnis sein. Und unsere Leute werden die Kristalle mit ihrem Leben bezahlen. Wir lassen dir freie Hand. Nur versprich mir, dass du uns nicht in irgendwas verwickelst. Trete zurück. Es könnte jetzt etwas heiß werden. Täteranstieg registriert. Warnung. System überlastet. System überlastet. Verspäder. Verspäder. 2018 Tretag. Ze Arabium. Tanke. Ina. Bevorstehen dein System ausfallen. Bevorstehen dein System gerätten. Alter Schweder. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Das war ein richtig geiler Bossfight. Als S-Pair wäre es cooler gewesen. Ich wette mit dem, man kann jetzt ein paar Areale beduchen. Die vorher gesperrt waren. Das wäre cool. Justin, wie lange machst du noch? Mann, ich muss mir gleich auf... ...kannst du mich in die Tonne... ...das ist aber sicher. Ich würde sagen, mache ich kurz auf Pause. Und dann machen wir da gleich weiter. Oder... ...ich endere das Spiel vor heute. Aber was ist mit den Käfigen? Wir haben kaum die Hälfte der Kammern erforscht. Nicht lange will Pellen gehen. Ohne den Kern, der sie erhält, werden sich die anderen dort schlummernden Kreaturen vermutlich niemals regen. Ich hoffe, du hast recht. Das letzte, was die Welt jetzt braucht, ist so ein sechsbeiniger Albtraum, der noch mehr Chaos verbreitet. Wir haben genug Zweibeinige, um die wir uns kümmern müssen. Egal, wie unschuldig sie auch tun mögen. Was? Äh, zweibeinig. Ja. Entschuldige, ich habe mich nur gerade gefragt, was ich den Dorfältesten sagen soll, wenn wir zurück sind. Wahrscheinlich werde ich einfach um Vergebung betteln. Und wenn das nicht hilft, haue ich ab und verstecke mich erstmal für ein, zwei Jahre. Du willst weglaufen. Schon wieder. Na und? Bisher hat das doch ganz gut funktioniert. Na ja, ein bisschen Hilfe hatten wir natürlich auch. Schön, dass du dich noch daran erinnerst. Wird dein Volk zurechtkommen? Ach, wir haben es immer irgendwie geschafft. Also werden wir das wohl auch überleben. Und wenn das stimmt, was du gesagt hast, wird der Rest von Valistea es auch nicht einfacher haben. Außerdem, wie sagt man so schön, des einen Leid ist des anderen Gelegenheit. Ich wüsste nicht, dass ich das schon mal gehört hätte, aber wie du meinst. Richtig geile Schwert. Ich hoffe, das kann ich auch auf Stufe 1 oder 2 verbessern. Das wäre so cool. Also, dann gehen wir langsam. Wir haben nämlich sehr viel zu tun. Haben wir? Ich meine, haben wir. Äh, danke. Für alles. Ich sagte doch, wir haben sehr viel zu tun. Der will sich wieder verpissen, der Wichslappen. Dann zurück zum Versteck? Karen und Hippocrates werden schon auf uns warten. Äh, ich dachte mir, wir könnten vielleicht erst noch einmal zurück in den Turm und... Dann zurück zum Versteck. So. Oh, schnell noch. Alter Schwede, sind die Hosen eng, wenn du da noch nur kurz hast. Ich würde sagen, schickt für heute. Dann kann ich meine Sachen mal in Ruhe laden. Gut. Hier, Leute. Macht's gut. Ich bin jetzt... ます Essen holen. Also dann. Vielleicht zock ich privat noch ein bisschen RanchSim. Mal schauen. Naja, hier, man sieht sich. Tudelü. Vielen Dank.